Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Shisha-Cast Episode 55. Nach einer kurzen Sommerpause sind wir wieder am Start. Alex, einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Marv. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe eine leckere Piff-Puff. Ich freue mich auf eine schöne Aufnahme. Und ja, haben Sie die kreativ schöpfende Pause für ein Aufladen der Akkus genutzt? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch wieder richtig Bock jetzt auf den Cast, muss ich ehrlich sagen. Sonst nicht oder was? Doch, sonst immer. Das klingt so gestellt. Naja, die Pause war ja geplant und da habe ich mich einfach sehnlichst wieder darüber gefreut, dass wir heute wieder zusammensitzen und eine schöne Folge Shisha-Cast aufnehmen. Es sind ja auch einige Sachen passiert, als wir mal geguckt haben, wann die letzte Folge online gegangen ist. Was für ein Thema das war. Eine Woche vor der Shisha-Messe. Also wir haben auf jeden Fall genug zu bequatschen, wo Alex gerade schon gesagt hat, wegen Shisha-Messe. Eigentlich ist es ja Tradition, dass wir nach der Shisha-Messe noch so einen kleinen Shisha-Messe-Recap machen. Würden wir euch jetzt einfach auf mein Shisha-Messe-Video verweisen. Das ist so lange her. Ja, also... Ja, also wenn ihr die Shisha-Messe noch mal erleben wollt oder nicht da wart und das gerne noch mal sehen würdet, dann guckt euch sehr gerne das Shisha-Messe-Video auf Shisha-WG an. Das wäre wahrscheinlich tausendmal besser, als wenn wir da jetzt aus der Erinnerung so ein paar Sachen erwähnen würden. Da siehst du auch einfach alles. Richtig. Ja. Und Shisha-Messe würdest du ja eigentlich auch die Sachen sehen. Genau. Und da gab es coole Sachen zu sehen. Da gab es wirklich ein paar sehr coole Sachen. Ja. Wir sind wieder da. Wir hatten sehr, sehr viel Zeit. Das stimmt, ja. Was heißt... Was ich vorhin schon gesagt habe, es war so lange Pause jetzt, dass wir beide einfach in dem Zeitraum Geburtstag hatten. Alles Gute nachträglich. Alles Gute nachträglich. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Was hast du denn an deinem Geburtstag gemacht? Eigentlich ganz entspannt. Also ich war vom 17. auf den 18. Mai mit meiner Freundin im Umera gewesen. Da haben wir uns sogar noch gesehen gehabt. Stimmt. Und ich musste super dringend los, weil ich meine Freundin abholen musste. Bin raus und habe dann gesehen, es ist irgendwie drei vor. Und da habe ich meiner Freundin geschrieben, stört sich, wenn du fünf Minuten warten musst. Sie so, nee, alles gut. Ich so, okay, dann kann ich Alex noch gratulieren. Dann bin ich ganz schnell reingeratet ins Umera, hab dem Alex gratuliert und bin ganz schnell wieder rausgeratet aus Umera. Ja, fand ich aber super süß. Ja. Hat mich gefreut. Ich will wenigstens noch direkt gratulieren können persönlich, ja. Ja, nee, ansonsten mit der Family einfach ganz entspannt. Und da war nichts Großes bei mir. Wie war es bei dir? Ich habe mich zu einer Geburtstagsparty gemogelt. Gemogelt? Ja, pass auf. Der Mino ist ja einer von meinen Hausherren, der auch immer auf dem Discord mit uns chillt und war auch am Stand im Team und so weiter. Und der hat am zweiten Geburtstag. Und er wollte am dritten im Umera feiern und hat mir das dann so eine Woche vorher gesagt und ich so, stört sich, wenn wir dann einfach noch in meinen reinfeiern? Und er so, nö, können wir machen. Und dann haben wir einen, ich habe niemanden extra eingeladen, ich habe niemanden Bescheid gesagt und dann war das aber doch auch meine Geburtstagsfeier. Also ich mache mir ja nicht viel aus Geburtstagen, ich will auch eigentlich keine Geschenke. Ihr habt mir selbst ein Geschenk gemacht, erzähle ich gleich noch. Ja, und so bin ich zu einer ungeplanten, unverhofften, aber sehr schönen Geburtstagsfeier gekommen. Ja, das glaube ich, das ist schön. Es waren wahrscheinlich auch einige Hausherren dabei. Ja, natürlich. Ja, nee, das war schon cool. Das war auf jeden Fall nice. Und ansonsten, das war ja dann Samstag auf Sonntag sozusagen reingefreiert. Sonntags hatte ich Geburtstag und Sonntagabend habe ich den Stream ausfallen lassen und bin mit der Freundin in Schönessen gegangen. Ja, das ist auch schön. Da waren wir bei Nova in Dreieich. Ich habe das gesehen, das sah sehr, sehr gut aus. Ey, Nova, übertrieben geiler Land. Das ist von denselben Leuten, die auch Stadtliebe machen. Ah, okay. Und Stadtliebe mögen wir ja auch beide sehr. Und Nova ist dasselbe in Blau. Da sagt man dasselbe in Grün. In Grün. In Grün, ne? Blau habe ich noch nicht gehört. Dasselbe in Rot. Dasselbe in Gold. Naja, Nova auf jeden Fall auch ein sehr schönes Restaurant. Super geiles Essen, super schöne Location. Du kannst direkt daneben parken. Ist auch so ähnlich wie Stadtliebe oder ist das dann nochmal anders gemacht? Es ist noch ein bisschen mehr fancy dinnermäßig. Und es kostet auch zwei, drei Euro mehr als jetzt ein normales Restaurant. Aber für die Qualität und für die Zusammenstellung an Zutaten finde ich es sogar recht günstig. Oh, okay. Also wenn du den Laden in Frankfurt hättest, könnte ich mir auch vorstellen, dass du für eine Hauptspeise 25 bis 30 Euro bezahlst. Oh. Ja, und alter, ich hatte Teriyaki Steakstreifen. Rum, ne rum, was ist Rumsteak? Auf jeden Fall Rinderfilet, Rumsteak, Rinder Teriyaki Streifen mit einer der geilsten Bratensaucen, die ich in meinem ganzen Scheißleben jemals gegessen habe. Meine Freundin hatte Lachs und der war bis zur absoluten Perfektion gegart. Also der war wirklich aufs Grat genau perfekt gekocht oder gebraten. Das ist halt schön. Also gerade bei so Fisch oder Lachs allgemein. Ja, bei Fisch, wenn du den, dann ist es vorbei. Das ist wie meine Mama, mag ihr Hähnchen immer, wenn man grillt oder so. Das muss zweimal sterben. Das muss wirklich komplett tot sein. Da darf kein Tropfen Feuchtigkeit mehr drin sein. So richtig schön staubtrocken. Und mein Papa und meine Mama fetzen sich immer und ich sage so, es ist ein bisschen wie bei Pfeife. Wenn es meiner Mama so schmeckt, ja dann ist das halt so. Ja, klar. Und dann kannst du jetzt entweder sagen, mein Papa kann das mit Kerntemperatur, Thermometer perfekt machen, aber schmeckt halt meiner Mama nicht. Also hat er irgendwie die Aufgabe, Mama ein leckeres Hähnchen zu grillen, irgendwo verfehlt. Also verstehst du den Interessenskonflikt? Ich verstehe den Interessenskonflikt, ich bin dann aber trotzdem eher auf der Seite von meinem Papa. Aber wegen deiner persönlichen Präferenz. Ja, genau. Ich wäre ja auch, also wenn ich mein Hähnchen haben will, wäre ich ja auch bei meinem Papa. Aber ich sehe das auch so, ich finde das auch immer ein bisschen komisch, wenn Leute zum Beispiel ein Steak bestellen und das halt dann durch, durch haben wollen. Also das ist dann halt so, weißt du? Schon, aber wer sind wir denn den Leuten zu sagen, dass wir das nicht so essen dürfen? Ja, safe, zu 100 Prozent. Persönlich finde ich das auch sehr, sehr traurig. Aber wenn die das halt so wollen, dann wollen die das so, ne? Ja. Weißt du, woran ich merke, dass wir wieder so lange raus sind aus dem Cast? Woran? Setups, Werbung, Info. Alles vergessen einfach. Ja, hau raus. Ihr wisst es ja mittlerweile schon, der Shisha-Cast wird gesponsert von Mose. Und deswegen habe ich mir natürlich auch mal wieder die Mose Priest Pro rausgelassen. Das Ganze auf der Standard Bowl, wo ich den Namen jedes Mal vergesse. Azure, Flö, Flö, Ag, glaube ich. Ag? Ich glaube, Flö, also F-L-O-E, Ag, Blue. Azure oder Blue? Das ist Blue. Ja, perfekt. Ich habe einfach alles falsch gesagt, außer das... Und ich glaube, Azur gibt es gar nicht. Die heißt dann Türkis, oder? Ich hätte irgendwie Azura im Kopf. Ha. Ha. Verrückt. Ja. Ja, also Alexander Zinsabow. Mit einer wunderschönen Mose drauf. Obendrauf habe ich eine Cosmoball. Und drinnen habe ich einen ganz einfachen Mix. Und zwar Pinkman von Must Age mit Iceberg von Blackburn. Und oben drauf vier Zauberwürfel. Läuft super. Ich glaube, bei mir, wo wir gerade bei den Zauberwürfelchen sind, da kann auch ein Würfel jetzt runter. Ich glaube, bei mir kann auch langsam einer runter. Ja, mache ich mit. Vielen Dank. De nada. Gewöhn dich nicht dran. So. Kannst du den... Dankeschön, Dankeschön. Ich habe ein ganz wildes Setup wieder ausgepackt. Und zwar muss ich dazu eine kleine Vorgeschichte erzählen. Mein Mod und Katar Basti hat in den Archiven des Shisha-WG Nass sich ein Video runtergeladen. Und zwar meinen unfertigen, nur halb geschnittenen Vlog, den ich gedreht habe 2020 auf der Shisha-Messe in Russland. Das verlorene Video. Das war nie verloren. Es war einfach nur nie fertig, weil ich sehr, sehr unzufrieden war, weil mir auf der Hälfte der Reise in Russland mein Mikrofon kaputt gegangen ist und die Qualität dann einfach shit war. Und ich wollte halt keine shit-Quali droppen. Jetzt gibt es aber mittlerweile so viel mehr Möglichkeiten, da mehr rauszuholen. Und genau das hat Basti gemacht. Und Basti ist ja auch der absolute Man, wenn es um Audio bearbeiten geht. Und das hat er gemacht. Und auf einmal hat er mir im Stream geschrieben, du, Maren, guck mal auf Nass, da liegt ein fertiges Video, was du dir angucken kannst im Stream. Hat er gar nichts davor gesagt? Hat er es einfach? Wir hatten vor Monaten, hatte mich mal irgendjemand danach gefragt und dann habe ich gesagt, das liegt da noch. Und dann wusste ich aber nicht weiter. Ah, okay. Und dann hat Basti einfach gesagt, guck mal auf Nass, da liegt ein fertiges Video. Und ich gucke so und sehe so diesen Russland-Flocken und denke mir so, halt deinen Maul, Digga. Und dann haben wir den geguckt im nächsten Stream und das war, ihr müsst euch vorstellen, das ist viereinhalb Jahre her. Da war ich ein komplett anderer Mensch. Da war die Shisha-Szene komplett anders. Da gab es kein TBD, 25 Gramm gesetzt. Es gab nichts. Es gab nichts. Das waren die guten alten Zeiten, Digga. 15, 16, 17 Euro für eine 200-Gramm-Dose. Das war so schön. Fertig. Mehr gab es nicht. So. Und dann haben wir das Video geguckt und genau diese Pfeife, die ich jetzt gerade rauche, die Hoop-Hooker-Maas, war eine von den Pfeifen, die ich mir dort auf der Messe gekauft habe und mit nach Hause genommen habe. War das nicht auch die Messe, wo du die Hawk-Hooker mitgenommen hast? Wo der Tellerplow oft das erste Mal... Oh ja, habe ich auch gesagt. Das Video, also meine Reaction auf das Video laden wir jetzt auch nochmal als öffentliches Video hoch. Also, maybe ist es schon draußen, wenn ihr das seht. Maybe kommt das bald. Guckt einfach mal bei Shisha-WG auf YouTube auf dem Kanal und dann werdet ihr das sehen. Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Allein die Reaktionen, so Tellerplow und so weiter. Die ganzen Leute, die da schon dabei waren, ne? Also auch Dölet nochmal zu sehen. Aljoscha vor viereinhalb Jahren. Digga, das war ja noch Milch-Bubi-Modus. Also, der sieht so jung aus da. Das ist krass. Das ist so krass. Simon war dabei, Dampfkeller war dabei, Hooker.dm war dabei. Marc war dabei. Der Marc war dabei. Ach, krass. Den vermisse ich auch ein bisschen. Ja. Der war immer ein Feini. Ja. Der war immer cool drauf. Ja. Das ist wirklich schade. Von dem habe ich auch sehr lange nichts mehr gehört. Er hat ja aufgehört. Ja, aber danach haben wir immer ab und zu mal irgendwie geschrieben oder so. So ein Hi, wie geht's? Wie ist das Leben oder so? Aber jetzt schon sehr lange tatsächlich nicht mehr. Mose war da. Also der Moritz und der Martin. Ja. Smokebuster waren noch zwei dabei. Ach, wild. Ja. Damals meine größten Konkurrenten auf YouTube. Wir haben uns gegenseitig geraced zu den 10.000 Abonnenten. Das war insane. Und halt die ganzen Pfeifen, die da rumstanden. Der ganze Tabak, der da war. Und deswegen Throwback einfach. Ich habe seit diesem Video Bock, auch mal wieder so eine Pfeife auszupacken. Und das haben wir gemacht. Alex und ich mussten noch ein bisschen mit der Bowldichtung kämpfen. Ja, ein bisschen ist gut. Ein bisschen ist gut. Wir mussten lange kämpfen. Es gab noch eine kleine Operation. Wir mussten noch mit der Schere die ein oder andere Bowldichtung ermorden. Und halbieren und zerschnibbeln. Und nach einem viertelstündigen Kampf haben wir es aber tatsächlich geschafft, die Shisha auf diesen Cesar-Bowl zu bekommen. Ja, ewig nicht mehr so einen Kampf mit einer Pfeife und einer Bowl gehabt. Ja. Ich kann dir sagen, bei welcher Pfeife ich das letzte Mal so einen Kampf hatte. Ja, Fibonacci. Ja, Fibonacci. Fibonacci ist auch immer Krise. Aber die ist auf jeden Fall auch richtig Krise. Die hätte ich auch mal wieder Bock zu rauchen. Habe ich auch lange nicht mehr geraucht. Die Fibonacci? Ja. Auch wunderschön. Ja. Geiles Rauchverhalten. Ja, musst du dir die heute noch anmachen. Ja, ich glaube, die mache ich mir heute an. Ja. Wenn die nicht in der Story ist, gibt es nächstes Mal drei Hieber mit einem Schlauch im Cast. Ganz einfach. Obendrauf Cosmo, da drauf Onmo. Und Mix war Mango und Exotic Fruit. Und? Exotic Fruit, Mango und? Ich weiß es nicht. Das war Pie Dinner. Achso, stimmt. Den habe ich als einzigen erraten. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich dachte, ich sage übrigens den, den du nicht erraten hast. Ich habe alles wieder vergessen. Ich muss da erst wieder reinkommen, du. Ja. Ja, ja. Verstehe ich. Und was ging, also dann, Werbung haben wir abgehakt. Ja. Unterstützt von Mose. Genau. Das Geld geht an uns. Aber Werbung noch Mose? Werbung? Also generell, denkt euch einfach dauerhaft im Shisha-Cast. Vielleicht wurde uns der Schlauch gestellt. Vielleicht ein Kopf, die Pfeife auf jeden Fall. Die habe ich in Russland gekauft. Aber dieser Shisha-Cast enthält Werbung. Aber ich meine noch eine explizite Werbung, weil wir haben heute beide eine WhatsApp bekommen. Geile News, ja. Und zwar, die Flashbang ist ja einer der beliebtesten Pfeifen von Emotion. Und da habe ich etwas gesehen, und zwar die Emotion in Black, also schwarz, in drei Farbvarianten. Finde ich sehr, sehr schön. Welche hast du dir ausgesucht? Grape. Ach krass, okay, ich nicht. Welche hast du? Ich habe die oben in der Mitte genommen, dieses Neon-Grün. Grape war rechts. War das nicht? Ich weiß leider gerade nicht, wie die Farbe heißt. Warte, ich gucke kurz. Aber es war auf jeden Fall so, ihr müsst euch vorstellen, dass die ganze Rauchseile diesmal noch mal weiß, mit einem schwarzen Aufdruck. Und bei der schwarzen Edition ist es halt umgedreht, dass die... Ach, da hast du... Slate hast du genommen? Ah ja, Slate habe ich genommen. Ich habe Grape genommen. Azure fand ich auch geil. Ja. Also eigentlich sind alle geil. Ich finde das Türkis halt super schön. Das Türkis finde ich geil, das Lila finde ich aber weniger geil. Ja. Und ich finde, das Schwarz passt einfach geil. Und dann nur dieser Neon-Grüne... Das stimmt, ja. Akzent, das sah für mich brutal aus. Deswegen, ich wollte die Slate sehr gerne haben. Ja, vielleicht seht ihr die dann im nächsten Shisha-Cast. Oder in einem Stream. Genau. Oder in einer Story beim Alex. Oder im Sokom. Genau. Auf jeden Fall werdet ihr die sehen. Alex. Marvin. Seit April haben wir uns nicht gehört. Ja. Wie läuft das Leben? Was ist passiert? Ist soweit eigentlich alles super, muss ich sagen. Also ich kann mich nicht beschweren. Das ist der typisch deutsche Satz. Wie geht's dem Rücken? Ist okay sogar, muss ich sagen. Also ich hatte zwischenzeitlich noch so ein, zwei Mal, wo ich wirklich Schmerzen hatte. Ich brauche noch einen Termin nach dem MRT. MRT habe ich ja erzählt gehabt. Genau. Aber ansonsten muss ich sagen, ich fahre ganz gut mit dem Training, was ich momentan mache. Ich mache auch wieder vermehrt Bauchtraining mittlerweile. Und ich merke, dass das hilft. Also diese ganze Korstabilität. Und mir wurde ja angeraten vom Arzt, dass ich so ein bisschen funktionales Training machen soll. Also diese Tiefenmuskulatur, so ein bisschen mit Koordination und so weiter, wo ich mir ein Bein auf so einen Ball stelle und so. Ich komme mir jetzt zwar dumm vor, aber ich mache es halt. Dann hast du das Gefühl, das bringt was? Ja. Okay, dann ist ja geil. Bei dem habe ich nicht das Gefühl, ob das was bringt, aber ich mache es halt. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Aber so ein bisschen dieses allgemeinen Rücken rausnehmen aus dem Training und dazu noch Korststabilisation, habe ich schon das Gefühl, das was bringt. Okay, das ist doch top. Und Cardio? Läuft jetzt langsam wieder. Ein München Fahrrad hast du letztens? Ja, Fahrrad. Ich gehe auch wieder ein bisschen mehr joggen. Grund dafür ist halt, ich habe eine sehr lange Pause gehabt. Ich bin nach der Schüchermesse so richtig komisch krank geworden. Und das, kennst du das, wenn du dann nicht richtig auskurierst und das die ganze Zeit verschleppst? Ja, ja, ja. Du fühlst dich dauerhaft so ein bisschen scheiße, aber kannst auch nicht full sagen, ich bin erkältet. Ja, genau. Und das hatte ich dann super lange mitgezogen und dadurch auch Training schleifen lassen. Ich will jetzt nicht den wannabe healthy Influencer machen, aber ich nehme jetzt regelmäßig vor dem Schlafen Vitamin D3 mit K2 in einer 5000er Dosierung, was relativ hoch ist. Magnesium zur Beruhigung vom ZNS und so, damit man sich nicht so viel durchs Bett wälzt und so, für besseren Schlaf. Und kann jetzt, also könnte natürlich auch sein, es ist halt auch gerade Sommer, mal gucken, wie es sich im Winter bewahrheitet. Aber ich war ja sehr, sehr viel krank und seit ich damit supplementiere, ging es mir nicht einen Tag scheiße. Ja, die Supplements habe ich ja eigentlich eh alle drin. Vitamin D3 auch? Ja. In was für einer Dosierung? Boah, das habe ich keine Ahnung. Ich nehme davon zwei Kapseln, die nehme ich da. Okay, klar. Ja, gut. Aber dann guck mal, was das für eine Dosierung ist. Weil die meisten Tagesdosierungen in Deutschland sind extrem niedrig. Die sind halt unterdosiert, ja. Ja. Das stimmt. Ja. Nee, aber dadurch einfach Krankheit verschleppt. Dadurch super raus gewesen. Viel Scheiße gefressen. Dadurch auch wieder gut was draufgelegt. Und ich will jetzt wieder wenigstens ein bisschen runterkommen. Und deswegen habe ich auch wieder mit dem Cardio angefangen. Das heißt... Wie lange und wie schnell läufst du aktuell? Richtig beschissen, Alter. Ja, aber das ist geil, weil dann könnten wir vielleicht mal zusammen joggen gehen. Ich habe jetzt so eine Durchschnittszeit, glaube ich, von sieben Minuten auf fünf Kilometer ungefähr. Okay. Also schon beschissen. Ja, naja, es geht auf jeden Fall schlimmer. Ja, aber wenn ich überlege, ich bin halt damals, als ich noch sportlich war... Ja. Cardioig war. Genau, bin ich halt 5,30 gelaufen. Ja, das ist schon fix. Für einen Durchschnittsdogger ist das, glaube ich, nicht übel. Das ist schon ganz gut. Ja, aber wenn ich halt mal so überlege, das sind halt eineinhalb Minuten Unterschiede. Ja. Das ist halt schon krass. Ja. Ja, das ist true. Und da bin ich halt keine fünf, sondern bin ich halt auch mal zehn gelaufen. Ja, okay. Zehn Kilometer mit einer 5,30er Pace. Ich glaube, bei zehn müsste es so 5,50, sechs sein, ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt laufen gehen würde, hätte ich wahrscheinlich auch so 7,7,30, irgendwie sowas in dem Dreh. Ja. Ja. Aber laufen, gute Sache eigentlich, müsste ich auch mal wieder machen. Ich merke halt immer noch, dass mein Rücken halt da schnell zumacht. Das heißt, ich kann nicht mehr als diese fünf laufen. Ja. Aber reicht dir auch eigentlich? Ja, ich mache es halt für Cardio, muss ich ehrlich sagen. Also für mich ist es einfach nur Cardio. Mein Herzschlag, ich habe ja die Apple Watch immer an. Ich bin danach so tot und dann gucke ich immer auf die Uhr so 170er Puls. Das ist halt schon. Während dem Laufen. Ja. Aber geht eigentlich? Geht es? Also ich fühle mich danach immer wie tot. Also, naja, also man sagt ja, wie war das? Deine maximale Herzfrequenz ist 220 minus Alter, 210 minus Alter? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß es gar nicht. So, aber dann ist 170. Also ich habe zum Beispiel auch ein sehr langsames Herz. Also für mich ist es auch sehr unüblich, über einen 160er Puls zu kommen. Selbst wenn ich mich gerade wirklich Limit fühle. Ja, genau. Also ich bin bei Krafttraining immer so bei einem 120er Durchschnitt. Also ich habe generell einen sehr, sehr niedrigen Puls. Ich habe jetzt auch einen Ruhepuls von unter 50. Ich habe mir hier so ein Whoop-Band geholt. Stimmt, das habe ich jetzt schon bei mehreren gesehen. Findest du es so viel besser als die Apple Watch? Also das Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn du ein Apple Watch hast. Also ich bin tatsächlich auch noch am überlegen, ob ich ein Video drehe. Weil ich habe mir davor natürlich sehr, sehr viele Videos dazu angeguckt. Habe dann noch mit Ali und Yannick geredet und so. Und habe mir dann überlegt, komm, ich probiere es einfach mal. Ich hole mir so ein Ding. Ich mache auch direkt ein Ja. Weil es gibt zwar einen kostenlosen Probemonat. Aber meiner Meinung nach, gerade bei dem Whoop, was ich ja erstmal an den Körper gewöhnen muss und so. Ein Monat macht halt nicht so viel Sinn. Also ich würde sogar sagen, unter drei Monaten macht Whoop nicht wirklich Sinn. Weil das Ding dich erstmal kennenlernen muss, sich auf dich kalibriert und so. Das Whoop ist ein tausendmal beschissenerer Workout-Tracker. Aber ist ein tausendmal besserer Vital-Daten-Tracker. Das habe ich mir fast gedacht. Also das mit der Erholung und so weiter sieht ja schon super cool aus. Erholung, Schlaf ist über das Whoop-Band tausendmal besser als bei der Apple Watch. Die Frage ist, hast du das mit dem neuen Apple Watch, also mit dem WatchOS-Update mitbekommen? Nee. Die haben also im nächsten WatchOS-Update, was übrigens auch nicht mehr für meine Apple Watch kommt. Also langsam wird es wirklich Zeit für eine neue. Das ist ja immer noch die Series 4. Ich wollte gerade sagen, du hast eine relativ alte. Ja, die ist saualt. Und jetzt kriegt sie leider das Update nicht mehr. Und der Akku macht langsam schlapp. Also ich habe ja eigentlich gehofft, dass das Refresh kommt. Also optische Refresh von der Apple Watch und dass ich dann upgraden kann. Jetzt gibt es Gerüchte, dass sich das nochmal ein bisschen verschiebt und erst nächstes Jahr kommt. Und ich weiß nicht, ob ich nochmal ein Jahr mit der durchkomme. Achso, das Update. Das hat jetzt auch so ein bisschen mehr Erschöpfung. Kannst du mit eingeben. Dann hast du halt Trainingsloads so allgemein. Siehst du halt, war das jetzt eine harte Woche, war das eine nicht so harte Woche. Für den Schlaf soll es noch ein bisschen mehr geben. Also die haben schon gemerkt, okay, viele Leute gehen auf Whoop und klauen sich jetzt so ein paar Whoop-Feature und machen die halt Apple-like ein bisschen abgeschwächt. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, mit einer neuen Apple Watch und dem neuen WatchOS-Update, dass das Whoop-Band deutlich unnötiger wird. Ja, ich muss sagen, ich benutze ja die Apple Watch hauptsächlich sogar für Training einfach. Also dafür ist es so... Guck mal, das beste Beispiel mit Whoop. Ich gehe ja gerne und oft schwimmen. Und fürs Schwimmen ist es komplett für den Arschweiß, es hat kein GPS. Achso. Das heißt, wenn ich mit meinem Whoop schwimmen gehe, sagt er mir so herzlichen Glückwunsch. Du warst eine Stunde 20 schwimmen und du hast 50 Meter gemacht. Und die 50 Meter, die ich gemacht habe, sind die, die ich von meinem Handy zum Pool gelaufen bin. Und ab da hat das Ding halt einfach kein GPS mehr. Ich weiß, dass das Whoop das auch nicht sein soll und will. So, Whoop ist ein Vital-Daten-Tracker, ein Erholungs-Tracker, ein Schlaf-Tracker und nicht unbedingt ein Workout-Tracker. Aber ich will halt vor allem ein Workout-Tracker. Und deswegen laufe ich jetzt mit beiden rum. Ja, okay. Und das halt auch wieder irgendwie dumm. Also, ja. Ein bisschen Mixed-Feelings mit Whoop. Mal gucken. Ich habe es jetzt ein Jahr. Ja, hast du eh ein Jahr, ja. Ja, und dann gucke ich mal. Ja, ich habe es nur bei, ich glaube, Mo hatte den Pro-Monat gehabt und er hat mir das so ein bisschen erzählt. Und da habe ich so gedacht, okay, wenn ich ein Apple Watch habe, ganz ehrlich, brauche ich das nicht unbedingt. Weil dafür lohnen sich die Features für mich nicht, dass ich das extra kaufe oder extra dieses Abo-Modell abschließe. Aber ich verstehe, glaube ich, ich verstehe jeden, der jetzt keinen Workout-Tracker braucht, der sich ein Whoop-Amband holt. Weil ich glaube, es ist so für... Ja, aber wenn du nicht regelmäßig Workouts machst... Also, guck mal. Du sagst ja mit einem Whoop eigentlich, hey, ich will mehr darüber lernen, was meinem Körper gut tut. Weil ich möchte, dass es mir insgesamt besser geht. Oder? Ja, würde ich schon sagen. Ist ja, glaube ich, fair zu sagen. Was ist die Nummer-eins-Sache, die es einem besser gehen lässt? Schlaf. Nee, Sport. Also, Schlaf natürlich auch, klar, aber Schlafen tut ja schon mal. Also, jeder Mensch schläft ja. So ist es natürlich besser, das zu verbessern. Aber die Nummer-eins-Sache, die man eigentlich jedem Mensch sagen kann, ist, guck auf deinen Schlaf, trink genug Wasser, mach ein bisschen Sport. Ja, safe. Aber ich glaube halt, dass Whoop halt wirklich so diesen Mainstream eher anvisiert als Zielgruppe, weil ich glaube, so... Brauchst du dann, also, wenn du gar nichts an Sport machst, brauchst du dann wirklich einen Whoop, Digga? Also, dann sind ja deine Basics an, kümmere dich um deinen Körper absolut nicht erfüllt. Ja, die halt sagen, okay, ich mache halt mein Training, aber die halt nicht interessiert so, wie läuft mein Training oder was sind die Daten vom Training. Die aber allgemein einfach ihre Körpervitalität verbessern wollen. Ich glaube, das ist halt eher so die Zielgruppe. Aber glaubst du, es gibt Leute, die wollen so viel über ihren Körper wissen und dann aber nichts über ihr Training wissen? Ja, das weiß ich halt nicht. Und nächster Joke, ich hatte das im Fitnessstudio an und guck da nach drauf und dann sagst du, ja, so und so viele Tonnen hast du bewegt und so und so viel Zeit und du hast verbrannt an Kalorien 53. Also, Bro, wirklich in keinem Universum hat dieses Training mich nur 53 Kalorien gekostet. Der Weg zum Fitnessstudio hat mehr als 53 Kalorien verbrannt, du Bastard. Und da denkst du dir halt, also, weißt du, wenn die halt immer so auf Smart und Algorithmus und lernt dich kennen und sowas machen und dann sagt er dir, ja, du warst eine Stunde 15 im Gym und du hast verbrannt 53 Kalorien, bist du so. Was? Wie bitte? Die Frage ist, was hast du im Gym gemacht? Ich habe ganz normales Ganzkörpertraining durchgezogen. Aber es ist auch, du kannst dich auch einfach eine Stunde 15 ins Gym setzen und du hast mehr als 53 Kalorien. Ja. Du kannst eine Stunde duschen gehen und du hast mehr als, es ist, es ist egal. Es kann einfach nicht sein. Also, man weiß ja, dass die Apple Watch mit den geschätzten Kalorien immer ein bisschen drüber ist. Ja. Aber lieber ein bisschen drüber als ein Kilometer drunter. Ja. Also, das ist einfach weak as fuck. Naja, egal. Ich teste das mal noch ein bisschen und mit dem Schlaf und der Erholung ist auf jeden Fall sehr geil. Das gefällt mir auf jeden Fall. Konntest du da jetzt schon aktiv was verbessern? Also, hast du da irgendwelche Daten für dich rausgezogen, wo du gesagt hast, okay, das konnte ich irgendwie... Duschen vorm Schlafen. Duschen vorm Schlafen verbessert meine Schlafqualität. Ach krass. Und ich bin eigentlich schon, also ich dusche eigentlich schon abends, aber nicht so knapp vorm Schlafen eigentlich. Ah, okay. Und duschen abends hat auf jeden Fall gezeigt, verbessert meine Schlafqualität. Schlafmaske stört sie tatsächlich eher zu Hause, verbessert sie aber unterwegs enorm. Ah, okay. Also, zu Hause habe ich es sehr schön dunkel und klimatisiert und das passt alles und dann brauche ich wohl keine Schlafmaske. Aber unterwegs wiederum ist die Schlafmaske extrem geil. Ah, okay. Kommt vielleicht dann auch ein bisschen darauf an, wie hell ist es da, wo ich gerade schlafe und so, aber unterwegs Schlafmaske ist sehr wichtig. Ja, und ansonsten eigentlich so die Basics. Morgens Workout ist tatsächlich deutlich besser für meinen Schlaf als Abends Workout. Ja, das hätte ich sogar fast geschätzt, muss ich sagen. Ja, ein Workout hält ja nochmal den Körper an. Genau, ich glaube, wenn du die Möglichkeit hast, morgens zu trainieren, ist für den Schlaf auf jeden Fall besser. Also so vormittags, ne? Ja. Also ich sage mal nicht, ich sage mal bis 15 Uhr nachmittags, aber halt nicht irgendwie um neun ins Training gehen und um elf versuchen zu pennen. Ja, das habe ich jetzt auch die letzten zwei Tage gemerkt, weil ich gedacht habe, es kühlt vielleicht ein bisschen ab, bin ich die letzten zwei Tage so 22 Uhr ins Training gegangen. Es hat nicht viel abgekühlt und ich habe halt gemerkt, Schlafen danach war halt wirklich, also gerade einschlafen war schwierig. Weißt du, was einen sehr gut bei diesen Temperaturen abkühlt? Ein Pool? Ein Pool. Ich habe mir selbst zum Geburtstag ein kleines Geschenk gemacht. Ich habe einen Pool gekauft und noch eine Sandfilteranlage und meine Freundin ist jetzt zu mir gezogen. Ja. Und wir machen gerade alles so ein bisschen schöner. Ja, wir machen gerade, wir ziehen total viele Heimwerkerprojekte durch. Wir haben schon die Platten im Hof mit so einem Hochdruckreiniger sauber gemacht. Ja, ich sehe die fast daily Bauhaus-Stories, habe ich schon gesagt. Fast daily ist komplett gelogen, aber ja, es war schon sehr, sehr viel. Aber wir haben jetzt auch einiges. Dann haben wir die Garage aufgeräumt. Jetzt haben wir das Garagentor gestrichen in Anthrazit, weil bei uns sind die, ich sage mal, die Akzentfarben an Haus und Garage sind alle in so einem ekelhaften alten Rostbraun. Ja. Das ist nicht so, also es sieht eigentlich, also am Haus ist der Sockel eigentlich noch ganz gut erhalten. Garage kann man auf jeden Fall mal drüber gehen. Mauer zur Straße hin wollen wir dann auch neu machen. Da muss ich allerdings noch verputzen lernen vorher. Und mein nächstes richtig, also das erste richtig große Projekt wird auf jeden Fall den kompletten Sockel, sowohl von Garage als auch von Haus. Alles, was dann in diesem Rostbraun ist, wollen wir auch noch Anthrazit streichen. Ah, okay. Und dann sollte das Haus auf jeden Fall direkt nochmal 20 Jahre neuer aussehen. Dann irgendwann die Mauer, neu verputzen und neu streichen. Und dann mein nächstes richtig großes Projekt, ich würde gerne im Herbst oder Winter, wenn man dann eh nicht mehr so viel im Garten machen möchte, will ich das Gäste-WC komplett selbst sanieren. Ah, ja. Fliesen runter, die Badewanne raus, eine möglichst tief eingebaute Dusche. Ich glaube, wir kommen nicht ganz auf bodentiefe Dusche. Ich glaube, da fehlt der Platz für die Duschwanne. Ja. Muss ich dann halt mal gucken, wenn da alles ab ist, wie tief ich runter kann. Ja. Ansonsten kommen wir irgendwann im Keller raus, das wäre ungünstig. Und dann würde ich das selbst fließen, selbst die Armaturen da alle installieren. Ah, krass, bin ich mal gespannt. Ja. Also ich habe mir schon einen Haufen Videos, das ist ja meine klassische Taktik, ne? Ihr guckt mir drei YouTube-Videos so an, ich mache das. Aber es wird natürlich nie so gut wie von einem Experten. Aber so zum Beispiel die Terrasse, die ich gebaut habe. Ja, die ist cool. Die ist tip top. Ja. Und die hält immer noch super. Ja. So, da sind ein paar kleinere Mängel. Ja, aber... Ganz ehrlich. Nichts Wildes und dafür, dass ich dann halt 1000 Euro fürs Material bezahlt habe, anstatt irgendwie 5000 Euro, dass da irgendjemand kommt und mir eine Terrasse hinbaut, das lohnt sich halt krass. Und wenn ich das jetzt auch mit einem Bad schaffe, ist halt... Der Bad ist halt nochmal next level. Also krass so Sanitärlagen, aber ich glaube, also wäre schon... Aber so schlimm ist es eigentlich nicht. Ich war total überrascht. Ich dachte, so ein WC ist überkrass installiert. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Da läuft einfach irgendein scheiß Rohr in der Wand, wo ein Loch drin ist und dann steckst du da ein anderes Rohr rein, legst deine Manschette drüber, fertig. Ja, gut. Das ist literally einfach so ein offenes Loch in deiner Wand, wo du das andere Rohr reinsteckst. Fertig. Ach krass, sonst nichts? Nee. Nicht viel. Ja, okay. Ich hätte auch gedacht, dass es mehr ist. Sippung ist ja schon in der Toilette. Ja. Ja. Dann schließt du das andere Ende vom Rohrgescheidern in der Toilette an. Fertig. Ja, bin ich mal gespannt, wie das wird. Ja, Duschwanne, musst du halt gucken, ob du eine Fertige holst, die schon ein Gefälle drin hat. Wenn du die wirklich bodentief fließen willst, dann musst du ein 3% Gefälle einplanen. Aber auch so das Abdichten von der Dusch-Area und so, das sieht alles gar nicht so hochkomplex aus. Ich werde wahrscheinlich zehnmal länger brauchen als ein Profi. Und es wird wahrscheinlich auch nur 70, 80% so gut wie von einem Profi. Aber wenn da mal eine kleine Fliese, ein klitzekleines bisschen schief ist, aber ich dafür irgendwie aufs Bad gerechnet 8.000 Euro spare, passt für mich. Ja, ich bin gespannt. Also ich könnte... Ja. Ich bin auch gespannt. Schauen wir mal, was wird. Aber die Heimwerker-Projekte sind auf jeden Fall am Start. Und Garagentour ist schon geil geworden. Ja, und Pool-Ecke sieht auch sehr, sehr gut aus. Da hat es die Freundin dekomäßig noch ausgetobt. Ja, das sieht auch richtig cool da hinten aus. Ne, finde ich gut. Also ich bin da auf jeden Fall happy mit. Und zusammen wurden ist natürlich auch geil. Ja. Weißt du, was auch noch war? Was wir in der Zeit, wo wir jetzt Pause hatten? Was denn? Ümmets Hochzeit. Stimmt! Stimmt! Erzähl, Mr. Duppe auf dem Kopf. Ja, wir waren auf Ümmets Hochzeit eingeladen. Was ist denn bei dir vor Ümmets Hochzeit passiert? Du musst ja chronologisch richtig anfangen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir das auslassen können. Auf gar keinen Fall lassen wir das aus, Alex. Das war die größte Freude. Das war die größte Freude für dich. Ja, ich glaube, Ümmets Hochzeit war noch ein Ticken drüber. Also ich hätte es dir natürlich, wenn ich es mir aussuchen hätte können, hätte ich dir natürlich gewünscht, dass es nicht passiert. Aber es war schon goddamn funny. Es tut mir leid, ich bin einfach ein Schadenfroher, wie gesagt, ich weiß. Ja, ganz kurz erzählt, ich bin eventuell die Treppe runtergefallen und bin mit dem Kopf dann, das war so die zweite oder dritte Treppenstufe, gestolpert und dann einfach mit dem Kopf, ich weiß nicht, was wir in den Gliedmaßen gemacht haben, auf jeden Fall mit dem Kopf gegen die Wand. Wo waren deine Arme, Bro? Ich habe keine Ahnung. Einfach so Schaulin-Move-mäßig im Kopf durch die Wand. Ja, und dann hatte ich halt auf der Hochzeit eventuell so einen kleinen roten Punkt oder... Kleinen roten Punkt? Eventuell einen größeren roten Punkt. Einen ziemlich dicken, fetten, rot-blau-leuchtenden Punkt. Auf den Kopf. Ja, wir laufen so rein, Alex sitzt schon so am Tisch mit seiner Freundin, ich sehe Alex und ich so, heilige Mutter Gottes, was hast du denn gemacht? Vor allem beide am Arsch, ne? Mr. Rackley noch mit Kniechen. Ja, das ist halt auch belastend, ne? Sie hatte ja die Knie-U-Pil gehabt und dann war sie im Phantasialand gewesen. Von der Achterbahn, genau, aus der Achterbahn, ne, also aus der Achterbahn rausgelaufen und dann gibt es ja immer die... Sie ist im Looping rausgefallen, hat sich aber noch an den Schienen festhalten können und die Rettungskräfte waren nicht schnell genug, sodass sie nach 17,5 Minuten Halten im Looping gefallen ist. Weißt du, das wäre ja noch eine coole Geschichte... Das ist ein kompletter Joke, Phantasialand, bitte verklagt uns nicht. Das wäre ja wie gesagt noch eine coole Geschichte, aber sie ist halt aus der Achterbahn... Eigentlich erzähle ich dir ja so. Also sie ist aus der Achterbahn rausgelaufen, dann sind ja immer so diese Treppen, wenn du wieder rausgehst, da ist es immer ein bisschen dunkler und da ist sie umgeknickt und sie hat es geschafft so umzuknicken, dass sie einfach zwei Bänder gerissen, eins angerissen und einen Knochenanbruch hatte. Das war sogar ein Knochenanbruch? Ja, weil sie stand anscheinend... Oh, nee, jetzt habe ich mir vorgestellt. Der Fuß war so weggeknickt, dass sie anscheinend mit dem Knöchel auf das Holz... Ja. Und das war, glaube ich, wirklich eine der dümmsten Erfahrungen, muss ich ehrlich sagen, als wir also... Sie hatte Schmerzen des Todes, wir dann haben uns in der Notaufnahme getroffen, sie ist dann mit ihrer besten Freundin wieder, also direkt zur Notaufnahme gefahren. Dort oder bei uns? Bei uns. Oh, da war der Fuß wahrscheinlich auch schon dreimal so dick. Ja, zu 100 Prozent. Und haben halt gesagt, dass wir uns dann dort treffen und ich sie dann halt mit nach Hause nehme. Aber Notaufnahme war wirklich gottlos. Also warten war sogar wirklich okay. Ich glaube, wir haben eine Stunde gewartet oder sowas. Das ist völlig fein eigentlich für eine Notaufnahme. Aber die hatten uns keine Rollstuhl gegeben. Das heißt, die ist ja die ganze Zeit rumgehumpelt oder was? Wir haben dreimal gefragt davor. Da hatten wir gemeint, ja, haben keinen. Dann ist es nämlich nochmal umgeknickt. Was machen die denn, wenn da jemand kommt, der wirklich gar nicht mehr laufen kann? Ja, ich habe es auch nicht gecheckt. Entschuldigung, Rollstuhl haben wir nicht. Tragen Sie den bitte ins Behandlungsplan. Und du musst dir vorstellen, dass ich dann, als wir so weitestgehend fertig waren, sie haben sie auch zwischenzeitlich vergessen. Also das war halt belastend. Sie haben uns dann nach dem, sie wurde geröntgt, haben uns dann im Raum abgestellt. Und dann saßen wir da und die haben wir nicht vergessen. Ja, der hat uns dann angeguckt, so, oh shit. Der hat uns wirklich in dem Raum da vergessen. Wir saßen dann irgendwie so zwei Stunden oder sowas. Ich bin dann mal so rausgelaufen, habe hin und her geguckt. War keiner. Irgendwann kam der Arzt vorbeigelaufen und hat dann gemerkt, oh, die sind ja auch noch da. Das war halt schon hart belastend. Und ich habe dann meine Freundin mit einem Bürostuhl durch die Notaufnahme nach draußen, weil die uns keinen Rollstuhl geben konnten oder wollten. Weil das lustig ist. Ich muss mir gerade so vorstellen, jetzt stell dir mal vor, einer schneidet sich beide Beine ab. Sitzt dann da in der Notaufnahme und dann kommt so der Arzt und die fragen so, könnten wir einen Rollstuhl bekommen? Guckt den so an, guckt so auf die Beine, die fehlen und sagt so, ne, da haben wir keinen. Ja, ich habe es halt null gecheckt, weil du musst dir vorstellen, als wir dann am Ausgang waren, habe ich da einfach Rollstuhl stehen sehen. Und ich dachte wahrscheinlich so, ja, aber die zählen zu der Abteilung, die dürfen wir jetzt nicht einfach nehmen. Da müssen wir erstmal einen Antrag schicken. Ich habe mich so verarscht gefühlt. Also das war wirklich hart. Und sie konnte auch nicht laufen? Nee, gar nicht. Also das war, ich habe wirklich dann, sie hat dann so eine Liege bekommen, wo sie halt drauf lag. Da habe ich sie mit so einem Bürostuhl nach draußen auf den Parkplatz geschoben, habe sie dann auf die Bank abgesetzt. Und ich bin zum Auto im Parkhaus gelaufen, habe sie dann da abgeholt und dann, ja. Aber das war schon richtig behindert. Das kann es eigentlich nicht sein, ne? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das fand ich wirklich... Vor allem, wenn du dann an so einem leeren Rollstuhl da vorbeiläufst und denkst so... Hä? Ja. Also das war schon hart, muss ich ehrlich sagen. Aber ist das jetzt alles wieder weg? Weil das ist ja auch schon eine Weile her. Jein. Also sie macht ja, sie tanzt ja sehr, sehr viel. Das ist natürlich das Beschissenste. Ja, absolut. Deswegen hat der Arzt gesagt, ich glaube, jetzt sind es noch zwei Monate, wo sie nicht tanzen darf. Jetzt noch zwei Monate? Das ist doch schon drei her, oder? Ja. Krass. Und aber so Fitnessstudio und gleiche Belastung und Lauf normal ist wieder alles völlig fein. Aber auch so die ersten Wochen oder der erste Monat danach, der war schon hart. Also ich meine, sie hatte ja erst Krücken gehabt, weil es ist ja genau das gleiche Bein gewesen. Und dann Treppenlaufen mit Krücken wieder, das ist schon beschissen gewesen. Ja, da ist gerade das Knie wieder gut und dann fetzte sich den Fuß weg. Das ist wirklich maximal scheiße. Aber das geht soweit zum Glück alles wieder. Nur tanzen ist halt schade für sie, weil sie es halt auch liebt. Aber bald dann wieder, hoffentlich. Ja, die Notaufnahme war halt wirklich hart dumm. Da habe ich mich richtig verarscht gefühlt. Glaube ich. Aber, ja. Ja, es soll ja nie langweilig werden. Ja, genau. Aber zurück zu schönen Sachen. Übens Hochzeit war meine erste türkische Hochzeit. Same. Ich habe mich auch, als die beiden uns eingeladen haben, ich habe mich super freut. Ja, ja. Ja, ja. Also, um nochmal die Leute abzuholen, die Imit nicht kennen. Wir hatten auch übrigens schon mal eine Shisha-Cast-Folge mit dem Imit zusammen. Imit ist der Hooker-Master Mumera. Genau. Ja. Ja, und ich wusste gar nicht, auf was ich mich einstellen soll, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe immer so davor mal eins, zwei mal gefragt so und da wurde halt immer gesagt, viel Musik, viel Tanzen. Aber, dass es so viel wird, hätte ich nicht gedacht. Also, es war ja wirklich durchgängig, irgendwelche Tanzgelage vorne. Ja. Ich habe leider vergessen, wie der Tanz heißt, aber es war dieses typische, man hält sich an den Händen, steht in so einem Kreis und wippmäßig so von rechts nach links. Aber es war schon geil. Irgendwann bin ich damit eingestiegen. Dann wurde mir das beigebracht. Der Osman hat sich gut um uns gekümmert. Vor allem, da habe ich vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht. Natürlich, also es waren, seine Freundin ist auch Türkin und natürlich dann die Familien und alles natürlich auch. Und ich habe nicht drüber nachgedacht, aber die ganze Moderation und alles war natürlich auch auf türkisch. Stimmt. Und wir sitzen da immer so und dann alles auf türkisch und wir so, okay. Ja, das Ding war halt, dass wir heute auch der komplette Allmantisch waren. Also ich meine, wir hatten den Allmantisch und wurden in die letzte Ecke abgeschoben. Das sind so unsere deutschen Freunde. Das war halt du, deine Freundin, Mo, meine Freundin, ich und Stefan. Stefan noch, ja. Also keiner von uns konnte türkisch. Die Allmantischisch-Freunde waren wir mal da. Wir haben nichts verstanden. Immer, wenn irgendwas gesagt wurde, so Osman, Osman, was heißt das? Was passiert jetzt? Erklär mal. Also ja, jetzt das und das und das und das und das. Ja, das war schon, aber boah, das Essen war so geil, die Location war schön, die Musik war cool, die beiden sahen beide, boah, die zwei sahen das schon nett und nur. Also beide wunderwunderschön, wunderwunderschön. Sie, ein wunderschönes Kleid, Hümmelt im Anzug. Richtig schön. Also der Anzug war auch 10 vor 10, ja. Allgemein, ich muss auch sagen, alle Leute super freundlich gewesen. Ja. Also so auch Leute, die du nicht kanntest, super lieb. Ja gut, aber Hochzeit haben ja auch die meisten Leute super geile Laune und so. Ja, safe, aber trotzdem war einfach so auch so offen, weißt du. Ja. Also der gesamte Vibe war einfach cool. Ja, war schön. Ich glaube, wir waren auch relativ lange da noch gewesen, ne? Also was heißt lange, aber wir waren bis zum... Ich glaube, für eine türkische Hochzeit waren wir nicht so lange da. Das stimmt. Das glaube ich auch. Wir waren jetzt auf jeden Fall nicht nur zwei Stündchen da. Ja, genau. Also wir sind, ja bis so diese Party losging, da sind wir noch kurz geblieben, haben dann alle noch ein schönes Stück Kuchen gegessen. Oh ja. Wichtig. Sehr wichtig. Hochzeitstorte. Aber war sehr, sehr schön, muss ich sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich fand's auch geil. Ja. Das war sehr cool. Was ist sonst passiert? Ja, das ist eine gute Frage. Heimwerkerprojekte, Geburtstage, Ruhe. Du warst noch in Spanien, aber da ist auch wieder... In Spanien auf der Shisha-Messe, stimmt. Das ist schon alles so weit weg zeitmäßig, ne? Das hat man gar nicht mehr so krass auf dem Schirm. Aber bei Shisha-Messe Spanien würden wir genau dasselbe sagen. Also wenn ihr da mehr zu sehen wollt, ich hab ein schön ausführliches Video gemacht. Schaut euch das gerne nochmal an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ein sehr cooler, basic Vlog, aber war geil. Und da habt ihr auf jeden Fall schöne Eindrücke von Spanien und natürlich auch von der Shisha-Messe in Spanien. Ja, denke ich auch. Ja. Was wir noch besprechen können, wäre das Mose-Summer-Smog-Fest. Oh ja. Sehr geil. Bei dir war das ja so ein bisschen komplizierter, sag ich mal. Es war eine logistische Meisterleistung, ja. Ja, das trifft's, glaube ich, ganz gut. Willst du kurz erzählen, warum? Der Moritz von Mose ist irgendwann auf mich zugekommen und meinte so, hier, wir planen da so ein Sommerfest. Kannst du da? Ich gucke so in meinen Kalender. Steht nichts drin. Ich so, ja, das kann ich. Dazu muss man sagen, das war schon sehr, sehr früh, wo er das gefragt hat. Ja, das war schon recht früh. Und ein paar Wochen danach ist dann der Mark auf mich zugekommen und hat gemeint, ey, ich feiere wieder meinen Geburtstag mit Campen, Grillen, Pool, alles bei mir im Garten. Kannst du da? Und ich so, well, fuck. Und hab dann festgestellt, natürlich war das gleiche Wochenende. Und dann hab ich halt überlegt, okay, scheiße, ich will auf keinen Fall den Geburtstag von Marc verpassen, wo alle Freunde da sind und das einfach so eins der wenigen Events ist im Jahr, wo so ziemlich jeder von uns da ist. Aber es sieht auch jedes Mal einfach cool aus. Es ist auch jedes Mal übertrieben geil. Und ich hab dem Moritz aber auch zugesagt, dass ich zu ihm komme. Zum Glück sind Meppen und Münster nur so ein Stündchen auseinander und dann hab ich gedacht, okay, dann mach ich's einfach so. Dann fahr ich Freitag relativ früh zu Marc, hab dann den gesamten Freitagnachmittag auf dem Geburtstag, den Samstagmorgen auf dem Geburtstag, fahr dann Samstagmittag vom Geburtstag nach Meppen auf das Event von Mose, dann abends wieder zu Marc zurück, damit ich zum Abendessen wieder bei Marc bin und fahr dann Sonntag zu meiner Freundin, damit wir den Umzug machen können. Stimmt, das war der riesige Roadtrip, den du hattest. Ja, also ich bin über dieses Wochenende, glaube ich, 1.100, 1.200 Kilometer gefahren und es wäre sogar mehr gewesen. Aber auf dem Geburtstag von Marc, turns out, Marc hat auf dem SWG-Messestand Jungs kennengelernt, die im selben Dorf wohnen wie er, die kannten sich aber nicht und die sind aber alle Shisha-Fanatiker. Dann haben die sich seit der Messe angefreundet und die hatten auch schon Karten fürs Mose-Event. Dann hab ich die kennengelernt auf dem Geburtstag von Marc und bin dann Sonntags mit denen zusammen auf das Mose-Event gefahren. Also als du das erzählt hast, als wir uns auf dem Mose-Event getroffen haben, fand ich auch wild. Also das sind wieder Zufälle. Ja, aber das ist halt so das, wo draufs in der Shisha-Szene ankommt. Ja, safe. Praktisch dasselbe wie bei uns. Unsere Elternhäuser sind 200 Meter Luftlinie auseinander. Wir haben uns nie kennengelernt, was ja in der Jugend auch Sinn macht, weil wir ja für, also jetzt macht der Altersunterschied ja nicht mehr so viel aus. Nee, aber früher hat das schon einiges. Aber wir haben sieben Jahre. Ich bin 98er, du bist? 92er. Ja. Okay, also haben wir sechs Jahre Altersunterschied. Da lernst du dich als Kinder natürlich nicht kennen. Denn als ich zwölf war, warst du sechs. Was soll ich mit dir anfangen? Und einen schönen Doppelapfel haben wir da noch nicht zusammen geraucht, wa? Das stimmt. Ja. So, aber über die Shisha-Szenen haben wir uns dann kennengelernt. Und genauso eben auch bei denen. Ja. Weißt du, die Jungs haben irgendwie am Einlass dem Gary erzählt. Die kommen aus diesem Ort. Und dann schreit der Gary nur zu Marc. Ey, du kommst aus dem selben Dorf wie du, Marc. Komm mal her. Und dann haben die sich da kennengelernt. Und seitdem fälzen die halt regelmäßig zusammen Pfeife. Und dann nehmen auch mal sportliche Sachen und so Zeug. Übertrieben geil. Ja, mega gut. Und darauf kommt es an. Und dann habe ich die noch auf Marc's Geburtstag kennengelernt. Auch gemerkt, okay, die sind überkorrekt. Dann bin ich noch mit denen zu Mose gedüst und so. Also es war brutal. Richtig geil. Und dann habe ich mir auch 200 Kilometer halt gespart. Ja. Das heißt, ich bin nicht bei 1300 irgendwas rausgekommen, sondern 1100 irgendwas. Wenigstens etwas. Ja. Ja, ich bin trotzdem praktisch einmal zur Grenze nach Spanien und wieder zurück. Nee, nur einmal hin. Ja. Grenze Spanien sind ungefähr 1100. Ja, aber es war schon viel. War viel. War lange, lange Auto. Ja. Und dann hatten wir natürlich noch den ganzen Umzug. Stimmt, das kommt auch noch dazu. Den ich nach zwei Tagen saufen und feiern machen musste. Hat alles geklappt, ja. Also Marc's Geburtstag ist immer so eins von den drei Events im Jahr, wo ich mal ein bisschen mehr Alkohol trinke. Und ich habe mich aber zurückgehalten. Ja, okay. Also es ging schon gut. Ich hatte keinen Kater oder so. Auch abends immer schön Elektrolyttrinks gefetzt und so. Viel Wasser getrunken. Das ist ja Hauptsache, halbwegs gut geht. Naja, die ganze Zeit gut aufgepasst. Also du sahst doch fit aus, muss ich sagen. Auf dem Event. Ja, da hatte ich ja auch erst eine Nacht drin. Das stimmt, ja. Aber also mein Whoop hat mich nach den Tagen auf jeden Fall angeschrien. Digga, du brauchst Erholung. Das glaube ich aber. Also ich meine, das war ja wirklich viel. Ich habe zweimal im Auto gepennt, dann bei meiner Freundin gepennt und dann den Umzug gemacht und die erste Nacht im eigenen Bett war ich so, heilige Scheiße, ja. So gut. Aber ich merke auch, dass ich langsam alt werde. Ich habe mich richtig... Langsam. Ja, was bist du da? Ich bin alt. Da machst du nichts mehr. Das Thema ist durch. Das Thema ist durch. Kann ich auch nicht mehr mitschocken. Das knackt alles. Ja, aber für 32, toi, 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 noch klappt. Was ich halt gemerkt habe, Moritz hat ja netterweise ein Hotel für uns bereitgestellt. Für mich auf jeden Fall. Und ich habe mich richtig gefreut wieder auf mein eigenes Bett. Das war schon krass. Also ich habe nach dem Hotel zwar alles super und auch, ich war sehr dankbar, dass ich nicht nochmal die drei, vier, fünf Stunden da nach Hause fahren musste. Aber ich war trotzdem sehr happy, in der nächsten Nacht wieder in meinem eigenen Bett zu liegen und da einfach richtig zu schlafen. Glaube ich dir. Aber das habe ich schon immer. Ja, ich hatte es relativ lange nicht. Also da war es mir eigentlich relativ egal, wo ich schlafe. So irgendwo hinlegen, zack, weg. Ja, genau. Aber da war das schon, wo ich es gesagt habe, okay, ich freue mich drauf. Ne, da habe ich ja schon häufiger berichtet, dass Schlafen bei mir eher... Ja, bei dir aber eh. Aber bei dir ist es ja auch nochmal wegen Körpermaßen, weißt du? Ja, gut. Das kommt ja noch dazu. Es gibt noch sehr, sehr viele Variablen, die für mich nochmal mehr Gewicht haben als für andere. Aber ich hatte das schon immer, dass ich unterwegs einfach nicht so gut schlafe. Ist einfach so. Aber Mosi-Event. Ja. So alle Hürden wurden übersprungen, alle Mysterien wurden gelüftet. Es war alles geplant und dann sind wir da hingedüst. Und wir waren so um halb zwei da und dann hat uns Moritz ein bisschen früher reingelassen und dann habe ich auch nochmal zum ersten Mal eine Tour von der Halle bekommen, konnte mir das alles mal angucken. Ich war ja noch nie bei Mose. Ja. Ich kenne Moritz schon so lange, aber ich war noch nie bei ihm in der Halle. Man muss halt auch wirklich sagen, Metten ist halt wirklich Arschteubel. Digger, das ist wirklich... Da kannst du auch gleich nach... Weiß ich nicht. Also als ich da hingefahren bin, dachte ich so, was mache ich hier eigentlich? Ja. Was ist hier? Kommt hier irgendwas, Digger? Ich war noch nie hier im Teil von Deutschland. Das ist ja auch quasi schon mehr Holland. Ja. Also da ist ja sonst auch nichts. Ne, da ist auch wirklich nichts. Nach zwei Minuten am Mappen ist ja Holland. Naja, auf jeden Fall sind wir da angekommen. Sehr schöne Halle, sehr schönes Gelände, alles schön modern. Das Lager top organisiert. Ich habe da auch noch ein bisschen zugeguckt, als da noch Pakete gepackt wurden. Ist richtig geil. Also mit den Terminals, wo dann die Bestellungen da sind und mit den Pickwegen, mit denen da rumgefahren wird und im Chaos-System. Also nicht, dass da Chaos herrscht. Das heißt einfach nur so, jedes Fach kommt random Artikel rein. Und es ist jetzt nicht so, dass da ist die Case und nebendran ist der Case Schlauchanschluss, sondern die ist dann in Kleinteile und so weiter, bla bla. Und das alles gesehen und dann draußen vor der Halle ist so eine Art Parkplatz. Ja, das ist einfach ein Parkplatz. Und hinten dran ist nochmal ein bisschen Fläche, damit da halt Paletten rumgeschoben werden können. Und dann ist sogar noch ein bisschen Rasen. Und auf dem Rasen haben sie ein richtig großes Zelt aufgespannt, haben das noch mit superschönen Lichtern dekoriert, haben links und rechts davon auch noch so ein paar Palettenmöbel hingestellt, die noch mal ein bisschen mehr Premium waren. Und dann wurden wir da hingesetzt. Und dann gab es einen Burgerwagen, es gab einen Getränkewagen, es gab die ganzen kleinen Zelte von den Shisha-Herstellern. Was ich halt wirklich krass fand, also auch wenn ich mir selber ein Mose-Ticket gekauft hätte für das Event, das hat sich einfach gelohnt. Also es war ja wirklich alles kostenlos. Das war geisteskrank. Das war geisteskrank. Ihr müsst euch vorstellen, ein Ticket für das Mose-Event hat 40 Euro gekostet. Da war ein Burgerladen, wo du so viel essen konntest, wie du wolltest. Genau, du hattest keine hier so irgendwelche Essensmarken. Oder musst du da einen Burger mit dabei und einen Kopf mit dabei und ein Getränk. Du konntest so viel trinken, wie du wolltest. Du konntest so viel essen, wie du wolltest. Du konntest so viel rauchen, wie du wolltest. Das war doch die einzige Einschränkung. Ich glaube, Cocktails haben ein Fünfer extra gekostet. Nur Cocktails. Du hättest sogar auch nonstop Bier reinsaufen können. Ja, und allgemein, dass du Softdrinks kostenlos, kriegst du ja auch nicht, selbstverständlich. Und was ich da auch nochmal dazu sagen muss, sogar mit diesem günstigen Preis könnte man ja erwarten, dass dann so rumgeknausert wird. Weißt du, hast du ja oft bei so Events, wo Getränke dazu sind, kriegst du so einen 0,2er Becher. Genau, ja. Dann kannst du immer nur den voll machen. Wenn du Liebe am Getränkewagen gefragt hast, haben die dir auch einfach die Flasche Wasser direkt mit an deinen Platz gegeben. Genau. Oder eine Flasche Cola. Das war top. DJ war cool. Ja. Du konntest sogar, also normal war das Prinzip einfach so, hey, wir machen Sitzplätze und hier gibt es Tabak. Und ihr kommt einfach mit eurem Shisha-Equipment, setzt euch irgendwo hin, könnt da hingehen, könnt euch Köpfe bauen, könnt euch Köpfe bauen lassen und chillt da einfach so. Und du konntest dir aber sogar noch komplette Shisha-Sets leihen. Genau. Habe ich zum Beispiel gemacht. Ach stimmt, da hat es gar keinen dabei. Ich wollte ja dann nicht bei Marc sauber machen, die mitnehmen dahin, da wieder dreckig machen, wieder mit zum Markt nehmen, wieder sauber machen, wieder mit heimnehmen. Und da habe ich Moritz gefragt, kann ich mir da auch eine leihen? Und Moritz so, klar. Ja, das war sehr, sehr cool. Also ich glaube, organisatorisch alles super. Ich muss auch allgemein sagen, es gab ja in der Vergangenheit ein paar Sommer-Events und da fand ich das Moos-Event wirklich mit am besten. Ja. Also wo ich sage, okay, auch wenn ich mir als Endkunde das Ticket dafür gekauft habe oder als Endkunde da hingekommen wäre, ich glaube, da hatte man am meisten Spaß oder am meisten davon, dass man da war. Ja. Es gibt nur eine einzige Sache, die man ein kleines bisschen kritisieren kann. Es gab sehr wenig Tickets. Ja, das stimmt. Was aber auch komplett nachvollziehbar ist, weil es war jetzt das erste Event, das Moos gemacht hat und Moritz hat auch davor schon mir geschrieben und meinte so, was denkst du denn, wie viele kommen? Ja. Also das kannst du ja sehr, sehr schwer abschätzen. Und dann hat Moritz halt überlegt und dann hat er halt ausgerechnet, wie viel Kapazität er einfach hinter seiner eigenen Halle hat, damit er es einfach bei sich auf dem Gelände machen kann. Und dann war das halt die Zahl, die es an Tickets gab. Und das war aber super schnell ausverkauft und super viele Leute wären gerne noch gekommen. Ich muss sagen, ich fand es auch cool, dass es nicht zu groß war fürs Erste. Ja. Das macht die Organisation halt auch relativ leicht. Und ein anderer kleiner Kritikpunkt wäre, der Burgerladen war immer sehr gut besucht. Und ich glaube, um neun gab es keine Burger mehr. Ich glaube, um acht keine Pommes und um neun keine Burger, ja. Ja, aber bis um acht Abend gegessen zu haben, ist fair. Also es ist natürlich schade, wenn irgendjemand sich dachte, nee, ich esse dann um zehn erst einen Burger und dann gab es keine mehr. Aber, ja, ich meine, du konntest um 14 Uhr da sein und dann gab es praktisch von 14 bis 20 Uhr uneingeschränkt essen und bis 21 Uhr gab es noch Burger. Also, ja. Und ich habe auch von Leuten gehört, die da sieben Burger weggefetzt haben. Ja, ich auch. Ja. Das ist schon Respekt, wer da sieben Burger reinballert, Alter. Wirklich go strong. Aber ich fand es halt cool, dass das halt auch so begrenzt hatte auf der einen Seite, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man halt versucht, so viele Tickets wie möglich zu verkaufen, es war halt nicht überfüllt. Es war halt wirklich super entspannt, was den Platz anging. Ja. Es war auch immer an den Ständen, war das völlig human. Aber du musstest nie irgendwo lange warten, um irgendwie an Tabak zu kommen oder sonst irgendwas. Jetzt kann ich noch einen Standfail von mir erzählen. Oh Gott. Und hat einfach Spaß gemacht. Du konntest einfach vorlaufen, konntest dir Tabak holen, Köpfe bauen lassen. Es gab noch ein paar Programmpunkte. Wir waren noch Jury. Ja, stimmt. Wir waren noch Jury. Es gab noch einen Kopfbauwettbewerb, wo wir dann die Köpfe bewerten mussten. Ja, danach gab es sogar noch einen, wo wir Köpfe bauen mussten. Aber da warst du gar nicht mehr da gewesen, glaube ich. Also, ich bin um halb sechs, musste ich los. Ich glaube, zwischen sechs und sieben mussten wir nochmal Köpfe bauen. Und die wurden dann von wem bewertet? Wurden einfach, ich glaube, random fünf Leute rausgerufen haben. Und wer hat es gewonnen? Ich glaube, erster Platz war Angel. Krass. Zweiter war Moritz. Dritter war ich. Aha. Vierter war, ich glaube, Onur. Aha. Dann David. Aha. Und dann Hu. Und Adi und Yannick? Die haben nicht mitgemacht. Also, das waren random einfach gefragt, ob wir da Lust drauf haben. Okay. Ja, schade. Aber cool. Ja. Glückwunsch zum dritten Platz. Vielen Dank. Gerne. Irgendwas wollte ich gerade noch zum Event sagen. Achso, ja, genau. Ich bin dann den Herstellern so Hallo sagen gegangen, die man halt so kennt. Und dann stand ich bei Mose. Und dann sind die zwei Jungs gekommen, mit denen ich da war. Und meinte so, hier, bau mal ein Köpfchen für uns mit. Und ich so, ah ja, okay, klar. So, ihr seid gefahren, könnt ihr auch mal ein Köpfchen bauen. Fair. Dann fange ich an, den beiden Jungs in den Kopf zu bauen. Und auf einmal stellen sich da Leute an. Dann habe ich gesagt, so war das eigentlich nicht geplant, Freunde. Das war jetzt nicht die Idee. Hast du wenigstens noch ein paar Köpfe weitergebaut? Ich habe da noch ein paar Köpfe weitergebaut, weil ich dachte, okay, ich baue einfach schnell die Köpfe für die Leute, die da sind. Und dann lüftet sich das so. Die Schlange ist immer länger geworden. Die Schlange ist immer länger geworden. Und irgendwann habe ich gesagt, Freunde, das war kein organisiertes Event hier. Ich wollte eigentlich nur für meine Jungs zwei, drei Köpfe bauen. Jetzt habe ich hier 20 Köpfe gebaut. Aber irgendwann würde ich auch gerne nochmal mich hinsetzen. Und ich habe halt über das gesagt, also ich meine, ich war ja nicht so lange da. Ich war dann von halb zwei bis halb sechs da. Also vier Stunden. Ich glaube, ich saß maybe 20 Minuten maximal. Ja, du saß nicht lange. Realistisch war eher zehn. Also wir haben uns kurz gesehen, als du neben uns gesessen hast da. Aber ansonsten, ich meine, ich war auch relativ viel unterwegs, aber du warst ja auch super. Aber es war auch so geil, weißt du. In dem Sinne zum Beispiel, ich stehe da so und rede mit irgendjemandem. Und dann kam einer panisch auf mich zugerannt und meinte so, Marvin, du kannst doch die Breeze Pro zusammenbauen, oder? Und ich so, ja, kriege ich wohl hin. Ja, kannst du uns helfen? Die funktioniert nicht. Ich so, ja, okay, ich gucke. Und dann bin ich da hin und habe halt mit denen die Breeze Pro auseinandergenommen, die die zusammengebaut haben und die haben die Kugeln vergessen. Klassiker so, ne? Dann haben die massiv Luft gezogen. War schnell gefixt und so, aber das war einfach funny und geil so, dass Leute da so direkt auf dich zukommen können und du mit denen noch einen kleinen Aufbaukurs für die Breeze Pro, weil die ist ja schon sehr komplex, muss man ja mal fairerweise sagen. Also es ist ja jetzt nicht so wie bei der Breeze 1. Ja, also als ich dieses erst mal bekommen habe, stand ich auch erst mal da und da dachte so, ja, cool. Wo Maschinenbaustudium, Digga? Ja. Ne, und das war halt übel geil und natürlich super viele Leute getroffen, mit vielen Leuten gequatscht, viel probiert. Die Eino Strong Prototypen konnte man testen. Super geil. Ich glaube, Eino Strong war für mich sogar vom Tabak her das absolute Highlight. Ja. Also ich habe die ja zum ersten oder zweiten Mal probiert. Ich habe die aber mit dir nochmal probiert gehabt, glaube ich. Aber die waren wirklich sehr, sehr, sehr geil. Also der Strong Doppelapfel und der Strong K-Peak, also das heißt ja, Don App ist der Doppelapfel von Eino Strong und K-Peak ist der Kashmir Peach. Der Doppelapfel ist nahezu Perfektion und das auf einem starken Dark Blend ist halt so geil. Vor allem dazu kommt, dass ich in letzter Zeit wieder so ein bisschen Doppelapfel-Phase habe. Alex, ich bräuchte aktuell nur zwei Tabakdosen zu Hause und das ist der Strong Doppelapfel und der Kashmir. Wirklich, ich brauche nur eine Pfeife zu Hause und ich brauche zwei Tabakdosen. Ich glaube, momentan bräuchte ich auch nicht viel mehr. Also ich habe, glaube ich, in den letzten Monaten habe ich alles, was ich noch an 200 Gramm Doppelapfel habe, habe ich bei mir zu Hause komplett vernichtet. Also ich hatte wirklich noch einen guten Vorrat an Doppelapfel, alles weg. Ob es jetzt AF war, ob es da WU war, alles weg. Alles an Doppelapfel ist weg. Genau, und den da auch noch probiert und das war das. Aber da hast du uns ja schon ein sehr, sehr gutes Stichwort gegeben. Du hast alles, was du noch an 200 Gramm hattest, weggeballert. Und das würde ja nun eigentlich bedeuten, dass du dir jetzt diese dreckigen, beschissenen Wichse an 25 Gramm Dosen kaufen musst. Aber die 200 Gramm feiern ihr Comeback. Ja, also ihr habt es mit Sicherheit schon hier und da mitbekommen. Die 200 Gramm kommen zurück. Tatsächlich, wie auch immer der Shisha-Verband das geschafft hat, konnten die die Politik davon überzeugen, dass sie davon zurücktreten und wieder 200 Gramm Dosen erlauben, beziehungsweise auch mehr. Also früher war es ja so, es gab keine Mengenbegrenzung und das übliche waren 200 Gramm und 1.000 Gramm. Und ja, die 1.000 Gramm kommen auch wieder. Also es ist jetzt nicht irgendwie nochmal ein neu geschriebenes Gesetz oder irgendwas, was da drauf kommt. Es wurde einfach nur die Regelung mit der Mengenbegrenzung aufgehoben. Das heißt, es gibt keine mehr. Die Marken können 300 Gramm Dosen machen. Die können 500 Gramm Dosen machen. Die können 25.000 Gramm Dosen machen, was sie wollen. 180, 250, das waren ja noch Sorten, die Größen, die es früher gab. Es ist wieder alles erlaubt. Die können auch eine Tonne verkaufen, wenn die da irgendwie eine Bande Rode draufkriegen. Das wäre interessant. Ich nehme eine Tonne Doppelapfel, bitte. Jungo, wie lange raucht man da dran? Wir beide nicht lang. Du schätzt das mal nicht. Und die kommen zurück und die News raus sind, habt ihr ja mit Sicherheit schon mitbekommen. Aber wir haben uns letztens, habe ich mich mit meiner Community im Stream hingesetzt und wir haben mal eine Liste gemacht von 200 Gramm Dosen, inklusive den Preisen und wann die rauskommen sollen. Und tatsächlich, perfect timing, ich würde anfangen mit Hukain, weil Hukain hatte den Plan, dass, wo sind sie in meiner Liste? Spalte 8. Spalte 8, genau. Hukain wird 26,90 Euro kosten und Blaze wird 29,90 Euro kosten. Und eigentlich war geplant 19.8er als Release. Also für den jetzigen Zeitpunkt zur Aufnahme, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon soweit, das Wochenende. Yes. Aber vor dem Stream... Na, nächste Woche, Montag, ist der 19. theoretisch. Dann war es der 17. Die wollten am Samstag releasen. Ah, okay. Ja. Ist aber auch egal, weil vor dem Stream kam noch ein Anruf, dass das Zeug bei Hukain angekommen ist und sie ist heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, was haben wir heute? Den 14. 15. Heute kommen noch die ersten 200-Gramm-Dosen bei Hukain und Blaze Online. Von beiden, glaube ich, zehn Sorten. Und ja, preislich haben wir schon gesagt, wir müssen noch mal kurz über den Preis reden. Ja, das wollte ich mich auch gerade sagen. Also ich, weil ich denke mal, dass es das... Ich schätze mal, dass ich das da so einpendeln würde bei jeder Marke. Aber ich meine, wir haben jetzt eh die Liste, wir werden das durchgehen. Aber ich denke mal, so 26,90 Euro wird so ungefähr der Standardpreis. Ich meinte, also klar über die Preise von den Einzelnen, aber um das noch mal kurz einzuordnen. Eine 25-Gramm-Dose Dark Blend kostet ein Fünfer, manchmal sogar 6 Euro. Gehen wir mal von 5 Euro aus, dann sind das 8 mal 25 Gramm, die du brauchst, um auf 200 Gramm zu kommen. Also 8 mal 5 Euro, a.k.a. 40. 40. 40 Euro, die du normal ausgeben müsstest. Genau. Und jetzt kostet eine 200-Gramm-Dose 30 Euro. Das heißt, es sind literally 25 Prozent weniger. Also ich denke mal, ich weiß nicht, wie es bei anderen Dark-Planet-Herstellern noch sein wird. Teurer. Kommt ja noch gleich. Bitte? Wird teurer. Also Blaze ist, glaube ich, der günstigste Dark-Planet-Dose. Genau, darauf wollte ich mich hinaus, weil, aber selbst wenn es 33 oder 35 Euro sind, wird es immer noch günstiger. Zu 100 Prozent. So, und jetzt gerade bei dem Beispiel von Blaze. Also gerade für Dark-Blend-Raucher ist das Comeback von den 200 Gramm super, super wichtig. Weil wir haben A den Nachteil, dass es keinen gescheiten Pfeifentabak gibt. Also es gibt Fog-Your-Law-Dark und es gibt Mixed-To-Dark. Aber qualitativ kommt meiner Meinung nach Pfeifentabak sowieso nie an richtigen Shisha-Tabak ran. Ja, würde ich zu 100 Prozent. Ich würde den immer 20, 25 Prozent schlechter einstufen. Genau. Als fertigen Shisha-Tabak, als richtigen Shisha-Tabak. Würde ich auch sagen. Mir würde auch kein Pfeifentabak einfallen, wo ich sage, der ist besser als der Shisha-Tabak. Und was ich auch richtig krass finde, ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, der Vergleich zu Spanien. Wenn wir jetzt gucken, was eine Dose Virginia in Spanien kostet, dann sind wir da bei 15 bis 18 Euro. Und ein Virginia in 200 Gramm in Deutschland wird jetzt 10 Euro teurer. Ich war ja vor kurzem in Spanien und habe mir Must-Have mitgenommen. Must-Have kostet für 200 Gramm in Spanien 30 Euro. Blaze kostet in Deutschland gleich viel. Wir kommen noch zum Must-Have bzw. zum Must-Age. Der wird auch nochmal ein bisschen teurer. Aber wir reden hier von einem Unterschied. Bei Virginia, Spanien, Deutschland 10 Euro mehr. Und bei Dark Blend von Spanien zu Deutschland reden wir von 3 Euro mehr, 4 Euro mehr. Also gerade für Dark Blend-Raucher ist das ein absoluter Segen. Aber auch für Virginia-Raucher ist das einfach geil, weil es immer noch günstiger ist als 25-Gramm-Packung. Und weil es tausendmal angenehmer ist als diese Drecks 25-Gramm-Packung. Zu 100 Prozent. Also das war auch das Thema, was wir immer in den sehr, sehr vielen Cast-Folgen auch besprochen haben. Dass Preisanstieg und Steuererhöhung irgendwo nachvollziehbar sind, aber diese 25-Gramm-Regelung einfach keinen Sinn macht. Einfach für niemanden. Und ich denke mal, deswegen lässt sich damit auf jeden Fall gut leben. Ich denke mal, wir haben alle gehofft, dass 200 Gramm zurückkommen. Und wir haben auch eigentlich damit gerechnet, wenn die zurückkommen, dass wir auf jeden Fall einen Preisanstieg haben werden. Ja, dass wir nicht mehr bei 18 Euro rauskommen, das war klar. Und ich finde leider... Ja, aber ich finde, dafür sollten wir einfach happy sein, wie es jetzt wirklich gelaufen ist. Weil ich glaube, ich habe sogar noch in einer der letzten Cast-Aufnahmen gesagt, dass wir das 2024 nicht mehr erleben werden, dass 200 Gramm nochmal zurückkommen, frühestens 2025. Und dass das der Shisha-Verband so schnell hingebogen hat, dass wir jetzt wieder 200-Gramm-Dosen kriegen und jetzt langsam wieder alles auf den Markt kommt, finde ich einfach top. Also deswegen, da freue ich mich einfach drüber. Und ich glaube auch, jeder, der wirklich gerne Shisha raucht, wird ja auch zustimmen mit dem Pfeifentabak. Und am Ende ist es trotzdem eine gute, günstige Alternative zum Shisha-Tabak. Aber qualitativ sind wir da einfach nochmal einen Step weiter. Und, weil du eben nochmal den Pfeifentabak angesprochen hast, wenn ihr euch jetzt denkt, ja, aber der Pfeifentabak war so schön günstig und es war es mir einfach wert, 20% weniger Leistung in Kauf zu nehmen, aber dafür halt nur 16, 17, 18 Euro zu bezahlen, wer sagt denn, dass der geht, Freunde? Genau. Bleibt doch mal locker. Nicht direkt wieder haten, ja, und dann habe ich aber keinen Pfeifentabak mehr. Es sagt doch keiner, dass der geht. Wenn die Hersteller feststellen, der verkauft sich immer noch gut, dann werden die das Produkt doch weitermachen. Wenn es keiner mehr kaufen will und ihr in einer geisteskranken Minderheit seid, dann könnte das natürlich sein, dass der irgendwann verschwinden wird. Aber erst mal, es wird weiter 25 Gramm geben, weil für die Shisha-Bars hat sich auch nichts geändert. Die müssen weiter die 25 Gramm benutzen. Das heißt, es wird weiterhin 25 Gramm Dosen geben, es wird weiterhin Pfeifentabak geben, aber es wird nur zusätzlich eben noch wieder 200 Gramm Dosen an richtigem, fertigen, wundervollem Shisha-Tabak geben. Und das ist dann wichtiger. So, wir haben angefangen mit Hukain und Blaze. Genau. Wie gesagt, Hukain für 27 Euro, also 26,90 Euro für 200 Gramm und Blaze für 29,90 Euro. Und wie schon gesagt, bei Virginia hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass wir so bei 24,90 Euro rauskommen. Hätte ich mir auch gewünscht, aber da kommt ja noch dazu, dass wir ja trotzdem noch diese steigende Tabaksteuer haben. Und ich kann mir vorstellen, dass halt... Also für alle, die das verpasst haben, wir hatten seit 2021 oder 22, weiß ich gerade auch nicht genau, auf jeden Fall hatten wir eine Tabaksteuer, die gestaffelt war. Genau. Das heißt, jedes Jahr ging ein Grundsteuerbetrag auf die Shisha-Dosen drauf und der steigt noch bis 2026. Genau. 2024 gab es keine Steuererhöhung. Dafür ist 2024 im Mai, also vor ein paar Monaten, kam Track & Trace noch dazu, was auch mit enormen Kosten für die Hersteller verbunden war. Ja. Und deshalb ist es auch ein bisschen schwer, die Preise richtig konkret einzuordnen, weil wir wissen nicht, wer 2025 und 2026 nochmal erhöht. Also es hätte natürlich sein können, dass jemand sagt, aktuell geht noch 24,90, erhöht aber 2025 nochmal um Euro und 2026 nochmal über einen Euro. Oder ob die Leute jetzt sagen, dann machen wir jetzt die Mitte von 26,90, 25,90, 26,90 und erhöhen dann aber maybe nächstes Jahr nicht, aber übernächstes Jahr oder gar nicht mehr. So, das wissen wir halt nicht. Ja, und davon gehe ich fast aus, dass es wahrscheinlich möglich gewesen wäre, für einige zu sagen, okay, wir könnten jetzt noch 24,90 oder 23,90 machen, aber ich denke einfach mal, dass da auch vorausschauend gearbeitet wird mit den Bandarolenpreisen, das gesagt wird, okay, wir nehmen einfach die 26,90 Euro Bandarole, weil wir haben eh noch die steigenden Steuerkosten und wir haben noch Track & Trace. Plus nach der relativ mageren Zeit nach Corona kann der ein oder andere da ein Euro mehr Verdienst an der Dose wahrscheinlich auch gut gebrauchen. Und ich weiß, ihr müsst euch ja mal überlegen, wenn die jetzt ein Euro hochgehen, dann wird das aufgeteilt auf den Hersteller, auf den Großhändler und auf den Einzelhändler. So, dann hat jeder pro Dose 33 Cent mehr vor Steuer. Genau. Also das ist dann pro Kopf wirklich nicht so viel, kann natürlich auf die Masse für einen Hersteller, für einen Shop bedeuten, ich kann weiterarbeiten oder ich muss zumachen. Genau. So, und hoffentlich tun uns die zwei, drei Euro, die wir dann pro Tabakeinkauf mehr zahlen, nicht so weh und im Vergleich haben wir aber weiterhin einen funktionierenden T-Shirt-Markt. Und ich weiß auch nicht, wie da der Stand ist bei den Herstellern, also wo wirklich der Tabak produziert wird, weil ja sehr, sehr viele Maschinen darauf ausgelegt sind, auf 25 Gramm, wie da die Umstellung ist, dass man einfach sagen kann, okay, die Maschine produziert ist auch einfach 200 Gramm oder ob da neue Großanschaffungen gemacht werden, das wissen wir alles nicht. Also ich weiß es jedenfalls nicht, aber es sind auf jeden Fall alles Faktoren, wo ich sage, okay, da kann ich mir das erklären, dass man sagt, okay, man einigt sich jetzt so ein bisschen auf eine Preisspanne bei 26,90 plus minus ein Euro. Bei Virginia und bei Darkpland sind wir wahrscheinlich immer so im 30er-Bereich eher plus. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal die Liste durch. Ganz oben haben wir Holster, die mit 200 Gramm circa ab dem 25. August zurückkommen wollen, also jetzt in zehn Tagen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Genau. Dementsprechend weniger, wann auch immer ihr das hört. Heute ist der 15. Und soll auch kosten 26,90 Euro. Ein Uhr soll zurückkommen am 16.08. Also morgen. Morgen. Für uns morgen, wenn ihr das hört, mit Sicherheit ist schon da. Und man konnte den sogar schon vorbestellen, habe ich gesehen. Gab es, glaube ich, einen kleinen Dropgab. Also man konnte sogar schon preordern. Ja. Dann haben wir einmal Siva mit 26,90 Euro. Ja. Und die sind sogar schon erhältlich. Genau. Das heißt, einmal Siva kann man auch schon jetzt einkaufen. Ich glaube, was man vielleicht noch dazu sagt, könnte, was ich meine gesehen zu haben, dass Holster die Sorten von Tipps übernommen hat. Ja. Aber ja schon lange eigentlich. Aber irgendwie kam da nie so wirklich was. Ja, also ich meine, dass die Tipps, die Geschmacksrichtungen jetzt unter Holster laufen. Ach so. Ja, ja. Das meinte ich. Genau. Also die Namensänderung. Genau. Ja. Dann haben wir 030, also die Berliner Jungs, die Tabak machen. Der ist auch schon erhältlich. Die mussten ein kleines Extrasüppchen kochen. Und da kosten 180 Gramm 22,90 Euro. Genau. Also ja, sie sind sehr günstig, aber es sind halt auch nur 180 Gramm. Das zählt. Ich weiß nicht, können wir mal ausrechnen. Äh, 23 Euro durch 180 mal 200 Gramm wären 25,50 Euro. Also auch im direkten Vergleich sind sie ein bisschen günstiger. Ja, mach doch 200 Gramm. Denke ich mir auch. Das zählt übrigens auch für die Marke White Cloud. Ich weiß gar nicht, ob wir die drauf haben. Ist auch von 030. Alles, was sie machen. White Cloud, Elektrosmog. Elektrosmog ist nicht. Elektrosmog hat 200 Gramm für 25,90 Euro. Ach so, ja. Ja, aber schon erhältlich. Genau, ich meinte jetzt, 030 macht ja auch White Cloud. Ja. Und das ist same mit 180 Gramm 22,90 Euro. Das meinte ich. Weil die produzieren ja auch White Cloud mit. Ja. Dann haben wir Alfacher. Die waren sogar eine der ersten Marken, die wieder ready waren. Und die sind auch in Euro günstiger. Genau. 29,90 Euro für 200 Gramm Alfacher und gibt es auch schon zu kaufen. Dann haben wir Hukain und Blaze. Da haben wir ja schon drüber geredet. Hukain 27 und Blaze 39,90. Und die sind auch ab jetzt erhältlich. Dann kommen wir zu Agile. Mit 26,90 Euro auf 200 Gramm sind auch schon erhältlich. Auch wieder, ich glaube, alle Sorten, die man so kannte. Ich weiß gar nicht, hast du das irgendwie im Kopf bei den ganzen Marken, ob die alle Sorten wieder bringen? Oder ob die nur eine bestimmte Anzahl von Sorten bringen? Ja, also bei allen Marken kann ich es dir nicht sagen. Aber ich weiß zum Beispiel, bei Hukain kommen erst mal die zehn Bestseller. Und bei Blaze auch. Zum Beispiel bei Aino wusste ich es jetzt zum Beispiel nicht. Oder bei Almasiva. Ja, das weiß ich tatsächlich auch gar nicht, ob da schon alle Sorten von jeder Marke am Start sind. Ich denke mal, die fangen mit den wichtigsten Sorten an. Ich denke auch mal. Ja. Aber das werden wir sehen. Aber die wichtige Info ist sowieso, es geht endlich los. Es geht endlich los. Es sind schon die ersten Sachen da. Und in den wenigen nächsten Wochen wird auch noch mal einiges dazukommen. Genau. Dann, wie gerade schon angesprochen, Elektrosmog. 200 Gramm. 25,90. Ebenfalls schon erhältlich. Außerdem Aquamenta ist auch schon am Start für 26,90. Und Babos von Wandenberg, kennt man ja schon mit FFM und so weiter. Ebenfalls 26,90 für 200 Gramm. Ja. Und dann habe ich mit dem Eugen telefoniert. Also wir haben die Liste im Stream gemacht. Ich habe alle Zuschauer gefragt, so ey, welche Sorten habt ihr schon gesehen? Wisst ihr den Preis? Wann kommen die raus? Oder gibt es sie schon? Dann haben wir das zusammengetragen. Und dann war natürlich die Frage, ich würde schon sagen, dass Must Age maybe meine Lieblingsmarke overall ist. Nicht jede Sorte ist besser als jede andere, aber so overall würde ich sagen, ist ja schon mein meistgerauchter Tabak. Und da wollte ich natürlich wissen, was ist denn da Phase? Und dann habe ich dem Eugen von der New GmbH geschrieben, die sind ja der Hauptimporteur für Deutschland oder der einzige Importeur für Deutschland, wie es da aussieht. Und er hatte mal gesagt, der Preis wird zwischen 28 Euro und 32 Euro liegen. Da ist er leider nicht geblieben. Also bei Must Age müssen wir ein bisschen in Anführungszeichen in den sauren Apfel beißen. Der wird vermutlich 34,90 Euro kosten. Also 35 Euro auf 200 Gramm. Das tut weh, aber again, im Vergleich zu Spanien sind das 5 Euro mehr. Also auch generell muss man halt auch nochmal dazu sagen, im europäischen Vergleich geht es uns wirklich geisteskrank gut. Wenn du das Durchschnittseinkommen von Deutschland anguckst und das Durchschnittseinkommen von Spanien anguckst, dann ist effektiv Must Age hier günstiger. Und Spanien ist das einzige Land in der EU, das überhaupt günstigere Preise hat als wir. Und wenn du dann sogar mal nach Tschechien, Polen, Österreich, Schweiz oder sonst wo guckst, die sind alle teurer, haben alle eine beschissenere Auswahl als bei uns, haben alle eine viel beschissenere Infrastruktur für Tabak. Also allein Österreich, du kannst nur in der Trafik, kannst du Tabak kaufen. In der Schweiz kannst du, glaube ich, normal online kaufen, aber es gibt halt kaum Sorten. So in Polen gibt es fast nichts offiziell, da läuft auch super viel Schwarz. In Polen, in Tschechien haben sie jetzt tatsächlich die Steuer gesenkt, weil die auch ein riesen Schwarzmarktproblem hatten. Tschechien hat das Paradebeispiel gebracht. Die hatten ein riesen Problem im Schwarzmarkt, weil der Tabak dort einfach zu viel gekostet hat. Die hatten, glaube ich, 40 Gramm Aquamenta irgendwie für 12 Euro oder so. Das ist geisteskrankt. Das kauft natürlich keine Sachen. Nein. So, ne, dann kennt jeder irgendeinen Typ und der verkauft unter der Ladenteko und dann haben die zwar theoretisch total tolle Steuereinnahmen auf Shisha-Tabak, aber halt nicht, wenn sie keiner kauft und jeder auf dem Schwarzmarkt kauft. Wer hätte das gedacht? Ähm, long story short, uns geht's in Deutschland wirklich gut. Ja, ich glaube auch, man muss halt auch dazu sagen, ich glaube auch so der Verdienst in Spanien ist noch mal ein bisschen geringer als in Deutschland. Aber wenn man das jetzt noch runterrechnen oder vergleichen will, ich glaube, dann sind wir eigentlich wirklich, stehen wir eigentlich echt gut da. Also overall für Europa, wenn du Preis mit Auswahl zusammenrechnest, sind wir die Nummer eins. Ja. Mit Abstand sogar, würde ich sagen. Es gibt so viele Marken in Deutschland, bei Virginia als auch jetzt bei Dark Blend. Das ist krass. Und, also nicht falsch verstehen so, wenn wir die Wahl hätten und wir könnten noch eine Dose für 17,90 Euro kaufen, dann würden wir uns da auch drüber freuen. Mir geht's nur so ein bisschen auf den Sack, weißt du, dann haben die das tatsächlich mit dem Shisha-Verband geschafft, dass 200 Gramm zurückkommen. Alle so, ja, aber ist ja teuer. Bro, natürlich ist es teurer, aber entweder du bist jetzt dein Leben lang pessimistisch und findest alles scheiße, was passiert, oder du freust dich, dass es wenigstens wieder ein bisschen besser geht. Und man muss halt fairerweise dazu sagen, wir haben uns halt ein Rauch-Hobby ausgesucht. Das ist ungesund. Es wird immer krasse Einschränkungen von der Bundesregierung geben, was in einem gewissen Maße ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber feier doch einfach diesen kleinen Erfolg. Freu dich doch einfach mal wenigstens ein paar Tage drüber, bevor du eine Sekunde nach diesen News schon wieder sagst, ja, aber wird ja teurer und dann ist auch mein Pfeifentabak, wäre ja wie ein bisschen. So, ja, es wäre jedem lieber, wenn es günstiger ist. Aber wenn du dir anguckst, was in anderen Ländern abgeht und was da verdient wird und was da eine Auswahl gibt und wie du an Tabak kommst, uns geht es in Deutschland fucking gut. Vor allem, man muss ja auch dazu sagen, der Preisanstieg, der war ja sogar vorhersehbar. Also es ist halt nichts, wo man sagen muss, oh Gott, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass falls es überhaupt zurückkommt... Im Gegenteil, ich bin bei Darkland sogar positiv überrascht von den Preisen. Ich habe mit viel schlimmeren Sachen gerechnet, wenn sie zurückkommen, dass wir da eher bei Virginia bei so 30, 35 Euro sind, dann bei Darkland so um die 40 Euro und ich muss sagen, dafür... Guck mal, aktuell zahlen wir für Must Age 47,20 Euro auf 200 Gramm, wenn du die 5,90 Euro hochrechnest. So, das minus die 34,90 Euro sind eine Ersparnis von 12,30 Euro auf 200 Gramm. Sagen wir mal, du rauchst im Monat 5 Dosen, dann hast du dir 61,50 Euro gespart. Ja. Einfach so. Deswegen, ich verstehe den ganzen Pessimismus da gar nicht so krass. Pessimismus. 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 Weil ich finde die Preispolitik dahingehend eigentlich wirklich super fair und da kann man sich eigentlich gar nicht großartig beschwenden. Ich weiß noch gar nicht, hast du noch im Kopf, wie viel die letzten 200 Gramm Dosen gekostet? 32,90 bei Must Have, glaube ich. Ganz ehrlich? Ja, wird jetzt 3 Euro teurer. Mit allen Erhöhungen und Track and Trace und allem. Also ich weiß... Also ich glaube, früher war es 27,90 Euro. Genau. Und dann war es 32,90 Euro, oder? Ich habe die 27 im Kopf. Deswegen wusste ich, ich hatte den 30er-Anstieg gar nicht mehr im Kopf gehabt, muss ich ehrlich sagen. Was war es denn dann vorher? Ich hatte die 27 im Kopf gehabt. Ja, aber die hatten ja zwei Preise. Es gab einmal einen günstigeren, einmal einen teureren. Oder war der vorher niedriger? Der war doch vorher niedriger, oder? Wie niedrig war der denn? 24? 25 Euro für eine Dose? Und dann auf 28 Euro für eine Dose? Ich glaube schon, ja. War der nicht auf 31,90? Ich weiß es nicht. Vielleicht schmeiße ich auch gerade was durcheinander. Das kann auch sein. Aber selbst wenn sie 27 werden, dann fände ich es immer noch gerechtfertigt. Vorhersehbar. Vorhersehbar und akzeptabel, würde ich sagen. Aber nicht so, dass man sich so aufregen muss und sagen muss, hier, wir werden, ich kaufe jetzt keinen Tabak mehr. So, wir haben jetzt die ganze Zeit... Naja, also wer jetzt 25 Gramm gekauft hat, der kann eigentlich nur feiern. Ja, genau. So, also wie gesagt, du sparst 12 Euro auf 200 Gramm gerechnet. Und 200 Gramm Must-Age ist für uns wirklich keine Aufgabe, die wegzuballern. So, aber es gibt, auch wenn das natürlich schade ist, hätte ich mir auch gewünscht, stellt euch vor, Must-Age wäre auch bei 29,90 Euro rausgekommen. Oder bei 32,90 Euro. Gut, sie sind jetzt bei 34,90 Euro. Aber es wurde die ganze Zeit gesagt, Oktober. Ja. Und jetzt wurde mir gesagt, Ende September. Das ist alles nicht ein Steingemeißel, Freunde. Verlasst euch da nicht zu sehr drauf. Ihr müsst jetzt nicht Ende September New Tobacco GmbH zuspammen und sagen, ihr habt gesagt September. Vor allem, weil es ein Importprodukt ist. Genau, es ist ein Importprodukt. Das ist noch nicht ganz klar. Aber dass die Prognose etwas nach vorne geschoben wird von, ja, rechnen wir erst so Oktober damit zu, wir kriegen das, denke ich, Ende September hin. Ist schon mal etwas. Gut. Und Ende September sind halt jetzt sechs Wochen. Genau. Das ist nicht so lange. Nee. Das schaffen wir jetzt auch noch irgendwie. Müssen wir irgendwie austalten. Ja. Bei Blackburn steht der Preis noch nicht ganz fest. Bei Blackburn wird es zwischen 32,90 Euro und 34 Euro liegen und soll auch Ende September passieren. Dann haben wir Savu. Die wollen Ende August, also auch so um den 25.8. rum, also so ähnlich zu Holster kommen und kosten auch für 200 Gramm Virginia 26,90 Euro. Shades genau dasselbe vom Preis, aber ist auch schon erhältlich. Genau. Dann haben wir noch 27er Tabak. Die drei Sorten sind mit 25,90 Euro erhältlich, also jetzt schon erhältlich. Alvaha-Tabak, gerade so für Traum-Münze-Fans, sehr, sehr viele, sind wir auch bei 25,90 Euro. Hast du mal in letzter Zeit Alvaha geraucht? Ewigkeiten nicht mehr. Also ich glaube, es ist fair, wenn ich sage, ich glaube, ich habe drei Jahre kein Alvaha mehr geraucht. Das kommt sehr gut hin, ja. Ich hatte eigentlich Bock, mir einfach mal wieder eine Dose Alvaha zu holen. Einfach mal wieder Alvaha-Traube. Einfach mal probieren, wie es ist? Ja. Eigentlich schon. Ja. Könnten wir eigentlich mal wieder machen. Ja. Kismet, Kismet habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Ja. Ist ja auch Darkland, Wandenberg, sind wir bei 29,90 Euro. Aber für so, also ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, zu Kismet einfach schlumpf zu sein, übrigens Darkland. Ja, es ist die Überkategorie Darkland, aber Kismet ist noch mal ein ganz anderer. Also Kismet ist halt einfach Kismet. Ja, genau. Ja. Aber wenn man es jetzt in Virginia oder Darkland einteilen muss, dann ist es eher Darkland. Ja, genau. Ja. Und auch halt nur 30 Euro. Genau. Ja. Gut. Und ist auch schon erhältlich. Yes. 1,87 steht noch to be announced, aber es sind jetzt die 26,90 Euro geworden. Und der ist auch schon erhältlich. Genau. Ja. Also ich habe schon Screenshots bekommen von Leuten, die sind schon im Shop. Yes. 1,0 Dark und 1,0 Strong. Ja. Habe ich leider zu beiden noch keine Antwort bekommen. Das hätte mich interessiert, muss ich ehrlich sagen. Ich auch sehr. Ich kann ja nochmal gerade, ich schicke mal dem Esan einen Reminder, weil ich hatte ihn gefragt. Du kannst ja mal die nächste vorlesen. Ja, ich kann ja schon mal weiter machen. Und wir hoffen mal, dass da noch was kommt. Adalia für 26,90 Euro. To be announced, hast du noch in der Liste stehen? Ich glaube, das ist auch jetzt nächste Woche sogar glaube ich soweit. Ich habe schon die ersten Shops gesehen, die ihn auf jeden Fall als Pre-Order drin haben, weil es sollte nicht mehr so lange dauern. Prohood Nero haben wir für 150 Gramm. 24,90 Datum. Hast du da schon irgendwelche Infos? Also man muss auch nochmal zu dieser ganzen Liste dazu sagen. Das sind die Infos, die meine gesammelte Community hier und da aufgeschnappt hat. Wenig davon ist nochmal in Stein gemeißelt und präzise und so. Das soll eine Übersicht verschaffen. Also wenn da irgendjemand sich jetzt noch was anderes überlegt, als das, was irgendwann mal gesagt wurde, dann kann das natürlich sein. Also seid uns nicht böse, wenn irgendwas bei 150 Gramm steht und dann machen sie doch 200. Das könnte noch passieren. Das sind erstmal nur so. Wir versuchen einfach, so schnell wie es geht, die Infos, die schon irgendwo aufgeschnappt wurden, zu sammeln und die euch einmal zu präsentieren. Wir können dafür aber nicht garantieren. Yes. Das ist, glaube ich, wichtig nochmal zu dieser Liste zu sagen. So, dann sind wir bei Nasch. Ebenfalls von der New GmbH ein Produkt. Haben wir dann 32,90 Euro und zwar schon im August. Das heißt, Nasch kommt als Frühstus. Innerhalb der nächsten zwei Wochen soll Nasch schon wieder in 200 Gramm Dosen am Start sein. Das ist sehr cool. Da freue ich mich drauf. Prusco. Dann der dritte Dark Blend, ne? Also wir haben Blaze, wir haben Kismet und Nasch, genau. Und Nasch da noch innerhalb der nächsten zwei Wochen. Prusco haben wir noch am Start. Ja. Mit 27,90 Euro. Da gibt es noch gar kein Datum. Ja. Okay. Da konnte mir der Eugen leider noch nichts zu sagen. Maridane für 200 Gramm 26,90 ist auch schon erhältlich. Und ebenfalls Genie für 26,90, der ist auch schon erhältlich. Ist auch schon erhältlich? Der ist auch schon erhältlich. Okay, dann kann ich das auch gerade direkt in der Liste anpassen. Oder ich glaube, ich kann das gar nicht, wenn ich so einen Browser aufhabe. Ich glaube nicht. Ja, schade. Ja, müssen wir nach dem Cast nochmal kurz die Liste aktualisieren. Die ist auch übrigens jederzeit für euch aktualisiert verfügbar. Schreibt mir einfach eine DM auf Insta. Hey Marv, ich würde gerne mal die 200 Gramm Liste sehen. Dann schicke ich euch eine DM mit dem Link dazu. Oder ihr kommt in Livestream, Dienstag, Donnerstag, Sonntag, ab 20 Uhr im Sommer. Und dann gebt ihr einfach Ausrufezeichen 200 Gramm ein. Dann kommt direkt der Link für euch. Könnt ihr auch offline tatsächlich auf Twitch machen. Geht ihr einfach auf meinen Twitch-Kanal, twitch.tv slash Marv, M-A-R-V-E-D und gebt einfach in den Offline-Chat Ausrufezeichen 200 Gramm ein und dann kommt die Nachricht trotzdem. Genau. Ich glaube, so lange für ein Rechner von mir an ist. Ich glaube, Lumia muss irgendwo bei mir laufen. Ah, okay. Oder ihr schreibt mir eine DM, wenn es nicht funktioniert. Ja, aber das ist sehr cool. Für alle Leute. Und dann haben wir noch zwei Ausnahmen. Und zwar einmal Fumari. Der ist schon erhältlich und kostet 22,90 Euro. Das finde ich krass. Und wir haben noch Afsal, der schon erhältlich ist, für 19,90 Euro. Ich bin mal echt gespannt, wie lange. Da muss man halt ein kleines Sternchen hinten dran setzen, weil das ist jetzt sehr viel Gerüchteküche, Munkel, Humpel, weiß man nicht so genau. Angeblich sollen das wohl alte Dosen sein, die nicht vernichtet wurden. Was fair ist, man konnte sie vernichten, man durfte sie halt nur nicht mehr verkaufen. Mit der alten Banderole. Darf man die alte Banderole einfach verkaufen? Da hört man auch so und so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht zu 100%. Als Endkonsument für uns ist es, glaube ich, auf jeden Fall egal. Also wenn ich eine von den beiden Marken haben wollen würde, dann würde ich es mir einfach kaufen. Und ich denke, das würde egal sein. Also für den Endkonsumenten ist es eh egal. Denke ich. Also ich wüsste nicht, warum man selber belangt werden sollte, wenn man das kauft. Aber ich weiß halt nicht, ob das so erlaubt ist, um ehrlich zu sein. Also wir wissen nicht sicher, ob es alte Banderolen sind. Wir wissen nicht sicher, ob es erlaubt ist. Das sind die Infos, die wir haben. Genau. Mehr können wir halt dazu nicht großartig sagen. Aber die sind zu diesem Preis auf jeden Fall gerade online und verfügbar. Und das ist so die aktuelle Liste. Und ich meine, das sind schon, zwei Zeilen müssen wir abziehen. Wir haben 21, das sind schon 29 Zeilen an Tabak. Wir haben schon die ersten Darkblend-Sorten, die wieder verfügbar sind in 200 Gramm. Wir haben massenhaft Virginia, die schon wieder verfügbar sind in 200 Gramm. Aber nur Black Nana. Nur Black Nana, ja. Nur Black Nana. Weißt du, welchen Preis? 26,90? 26,90. Könnte ich eigentlich auch nochmal dazu schreiben. Ich fand es ein bisschen doof, weil jeder geschrien hat, Nameless ist wieder da, Nameless ist wieder da. Und dann ist es nur Black Nana. Ich weiß halt auch nicht, wie die Produktpolitik bei Nameless momentan ist, weil die haben ja auch als Pfeifentabak nur Black Nana gebracht. Ja. Wie das jetzt bei 200 Gramm sein wird. Ist auch schon so. Glaubst du, das ist die wichtigste Sorte von der Marke? Nein, Quatsch. Ich kriege übrigens heute immer noch Nachrichten von Leuten, die mir schreiben so, ey, ich habe mir wegen dir Black Nana geholt und der ist geisteskrank geil. Ich rauche seit drei Jahren kein Black Nana mehr. Aber so eine alte Dose Black Nana hätte ich mir wieder so Bock drauf. Also eine ganz alte. Eine ganz alte. Ja, das wäre geil. Aber weißt du, was auch geil ist? Was auch geil? Dass wir so für 200 Gramm wieder am Start haben. Oh ja. Das ist einfach insane nice. Und ich hoffe, ihr freut euch da genauso sehr wie wir. Ja, ich freue mich extrem drauf, hier so die ersten 200 Gramm Dosen in der Hand zu haben. Ja. Ja, ich auch. Ich würde am liebsten so eine Feier veranstalten. 200 Gramm Feier? Nee. Eine Anti-25 Gramm Feier, wo wir alle unsere leeren Gebinde mitbringen. Wir machen eine riesen Feuerschale in der Mitte und dann werden wir alles verbrennen von dieser Scheiße. Ich habe so viel davon noch zu Hause. Aber da würden wahrscheinlich zehn Leute sterben, wenn wir da so viel Plastik verbrennen. Also es ist ein netter Gedanke, aber wird nicht umgesetzt. Wird nicht umgesetzt. Es kann jeder symbolisch in seinem Hof in einer feuerfesten Schale einen Schnipsel, wo er 25 Gramm draufgeschrieben hat, verbrennen. Schick dir uns gerne ein Foto at ShishaCast auf Instagram. Ja. Aber 200 Gramm Comeback is real. Ja, hat mich sehr gefreut, als die Nachricht kam. Ja, same. Und hat mich noch mehr gefreut als jetzt endlich. Man muss mal überlegen, dass vor ein paar Monaten wir es noch alle für komplett unrealistisch gehalten haben, dass dieses Gesetz in diesem Jahr noch gekippt wird und wir jetzt Mitte Ende, also den achten von zwölf Monaten haben. Zwei Drittel des Jahres sind rum. So. Und es sind einfach schon wieder 20 Marken mit 200 Gramm am Start. Ja. Das ist geistesgerecht. Ja, also wirklich Respekt an den Shisha-Verband, dass die das so durchgesetzt haben. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich einfach drauf, die ersten 200 Gramm Grad Darkpland, wenn er wieder richtig am Start ist. Ich glaube, ich bestelle mir heute so eine Dose Kist mit. Einfach so. Einfach so. Einfach, um mal wieder so eine schöne große Dose reinzubestellen. Ja, ich glaube schon. Wichtig und richtig. Freunde, wir hoffen, der ShishaCast hat euch gefallen. Yes. Maybe sitzen wir beim nächsten Mal schon auf einem Berg von 200 Gramm Dosen hier für euch. Oder haben zumindest ein, zwei davon da. Mit Sicherheit. Je nachdem, wie lange die Pause ist. Ich sag mal so, hoffentlich nie wieder drei Monate, ne? Hoffen wir. Ihr könnt ja mal jetzt, wenn ihr die YouTube-Variante guckt, ihr könnt ja mal jetzt ein Datum unten reinschreiben, wann ihr denkt, wann der nächste ShishaCast kommt. Die kommen übrigens immer freitags raus. Also sucht euch irgendeinen Freitag in der Zukunft, zwischen heute und in einem Jahr und schätzt mal, wann die nächste Folge kommt. Aber vielen Dank fürs Dabeisein bei Folge 55. Wir mussten heute erstmal relativ viel aufarbeiten. Genau. Ja. Nächste Folge gibt es wieder ein bisschen aktueller und stuff. Ja. So sieht es aus. Freunde, bis zum nächsten Mal. Raucht ein paar lägere Köpfchen. Wir sind raus. Sayonara. Ciao, ciao.